So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 19.31 Uhr und der gute Christian Bartsch sitzt in diesem Jahr 2022, November kurz vor Weihnachten, mir noch einmal virtuell gegenüber und das freut mich sehr, denn wir werden hier in der nächsten halben, dreiviertel Stunde über ein Projekt sprechen, was sich doch ein wenig hingezogen hat vielleicht, aber er wird uns die guten Gründe nennen, warum das Ganze etwas gedauert hat. Und wir haben über dieses Projekt schon vor drei Jahren, glaube ich, vereinzelt schon mal drüber gesprochen, weil du hast in den letzten drei Jahren uns schon diverseste tolle Neuveröffentlichungen präsentiert. Christian Bartsch ist dort bei Turbine Medien in Münster. Was? Können die dich noch nicht kennen? Okay. Ja, ich mache den Film Einkauf. Ich gucke also, dass neue Lizenzen, die wir gemeinschaftlich finden, also das ist nicht mein Verdienst, dass ich rausfinde, wem gehören die, wo kommen die Lizenzen her, wie kommen wir dran und dann natürlich auch die Verhandlungen führen und das Ganze einkaufen. Und ich komme eigentlich klassisch, bin ich gelernter Cutter, nannte sich mal in den frühen 90ern, gab es einen Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton und mache deswegen bei Turbine eigentlich alles von Synchronfassung bis hin zur Abnahme, fertige Master oder so. Wobei auch da muss man sagen, natürlich, ich leite das Ganze bei uns bei Turbine, aber wir haben natürlich ganz wunderbare Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, die für uns diese Sachen dann machen. Also es ist nicht alles, was technisch passiert, mein Verdienst. Insofern, ja, das sind so die beiden Standbeine, mit denen ich unterwegs bin. Genau, du hast also uns auch schon mal, mein Gott, das ist schon lange her gewesen, ich habe mal geguckt, im Zuge dessen, dass ich ja hier schon eine kurze Berichterstattung machen konnte, habe ich ja nochmal geschaut, wann haben wir denn mal das Video damals gedreht, wo ihr uns mal in eure heiligen Hallen reingelassen hattet und mal gezeigt habt, wie ihr dort, was war es für ein Projekt, Bang, Bang, Bang war unter anderem eins der Projekte, über das wir berichtet haben, Blues Brothers war eins der Projekte, wo wir dann auch mal vor Ort waren und mal in eure Räumlichkeiten reingeschaut haben. Das ist ein Team von wie vielen Leuten, die ihr dort fest habt, die in solchen Projekten daran beteiligt sind? Als ihr damals da wart, waren das noch ein paar mehr, mittlerweile sind wir fünf. Mit fünf Leuten, plus einige externe. Plus externe Dienstleister, genau, aber das Kernteam sind tatsächlich fünf Leute, inklusive Chef. Okay, mein Lieber, also lass uns heute über diesen Film reden, The Frighteners. Ein Film, den, ja, ich muss mal sagen, also den Ältere auf jeden Fall kennen werden. Der eine oder andere wird ihn auch im Kino vielleicht gesehen haben, wobei, das war ja schon so eins der Besonderheiten an dem Film, der war gar nicht so erfolgreich im Kino, ist aber dann in der, ich sag mal, Heimkino-Szene auf VHS, als aber auch später dann DVD und Blu-ray und jetzt auf UHD, ein echter, ich sag mal, Kult-Film geworden. Es ist ein Tipp geworden, den also Cineasten schon sehr mögen. Und wie seid ihr auf dieses Projekt gekommen? Weil es gibt ja nun mal einige tausend Filme, die es sich wahrscheinlich lohnt zu restaurieren. Warum war es genau der Film? Naja, also zum einen muss man kurz sagen, der Kinostart damals war ja gar keiner offiziell, sondern es gab den Plan, einen Kinostart zu machen, den hat man mal kurzfristig über den Haufen geworfen. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass die Synchronisation, also wenn man nur für Video synchronisiert, dann würde man normalerweise bei 25 Bildern synchronisieren. Der Film ist aber bei 24 Bildern synchronisiert worden, also fürs Kino. Ist dann aber nur quasi in Dolby Stereo, also das, was man zu Hause unter Dolby Surround kennt, gemischt worden und kam dann. Er hatte in Deutschland erstmal nur einen englischen Kinostart, weil man dann kurzfristig gesagt hat, ja, man bringt ihn irgendwie ins Kino und dann lief der aber auf Englisch. Das heißt, einen wirklichen Kinostart in Deutschland hatte der nie. Das war in Deutschland eigentlich eher eine Videopremiere hauptsächlich. Und wie sind wir darauf gekommen? Naja, es ist halt ein Peter Jackson und es ist quasi, Peter Jackson hat das selbst in dem umfangreichen Making-of erläutert, und der Film ist eigentlich das Bindelied zwischen den frühen Jackson-Werken. Da reden wir über, naja, jetzt wollte ich gerade die Filmtitel nennen, das darf ich aber nicht, weil sie entweder indiziert und oder beschlagnahmt sind. Also es gibt so drei tolle Filme, die er quasi vorher gemacht hat. Ich glaube, Meet the Feebles darf man sagen, weil es davon mindestens eine Cut-Fassung gibt. Bei den anderen halte ich mich lieber zurück. Und dann kam Heavenly Creatures. Und danach hat Peter Jackson dann diesen Crossover aus Fantasy, Horror, Komödie gemacht. Und letztlich, auch das ist mittlerweile durch Peter selbst belegt, war ja der Grund, warum er den Herr der Ringe gemacht hat. Weil er für The Frighteners, für die ganz, ganz vielen tollen digitalen Effekte, die der Film hat, obwohl er quasi Produktionsstart 94 hatte, da war das ja mit CGI und so, steckte das alles noch in den Kinderschuhen. Die haben so viel Technik anschaffen müssen, dass er danach gesagt hat, was mache ich jetzt mit den ganzen Computern, die ich gekauft habe. Und dann kam die Idee, den Stoff zu verfilmen, der bis dahin als unverfilmbar galt. Und dann kam letztlich Herr der Ringe. Das heißt, dieser Film ist das Bindeglied zwischen den frühen Jackson-Werken und den super kommerziellen Blockbustern, die danach kamen. Schau mal an. Also das hatte ich jetzt gar nicht gewusst. Der lief im deutschen Kino nur in Englisch. Der war gar nicht in Deutsch veröffentlicht worden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kollege Wolf, könntet ihr das besser sagen? Der ist ein total enthusiastischer Kinogänger. Ich habe das nur nachgelesen. Weil einer der Gründe, warum der ja auch im amerikanischen Kino nicht so erfolgreich war, war ja doch dann, man hatte wohl irgendwie die Blockbuster noch nicht fertig. Und dann hat man sich entschieden, den im Sommer dann dort zu zeigen, anstatt ihn zu Halloween zu zeigen. Was ja dreimal besser gepasst hätte. Das sagt man ja auch im Nachhinein noch. Der Film Halloween, das wäre bestimmt ein Kracher gewesen. Genau, man hat ihn als Sommerblockbuster vorgezogen, weil man ihn so toll fand und sich gedacht hat, okay, wenn das so ein toller Film ist, dann können wir den vorziehen. Damit lief er aber auch in direkter Konkurrenz zu Independence Day damals. Och, ein nicht ganz unbekannter Film, ja. Das war sicherlich nicht hilfreich. Und was man dann auch sagen muss, ist, das Artwork, das man dem Film dann verpasst hat, war ja auch nicht wirklich hilfreich. Also wenn wir da gerade mal gucken wollen. Ja, das sind von unserer Edition die beiden Cover, die wir haben. Und wenn du da mal auf das Rechte guckst. Ja, ich sehe es. Das ist das originale Kino-Artwork. Was soll mir das sagen? Was ist das für ein Film? Ja, ja, okay. Wobei, das muss ich ja sagen, da kommen wir dann noch später mal zu. Aber da komme ich auch, ich muss mich mal eben gucken, dass ich mir das richtige Bild wieder finde. Aber da ist es, nehmen wir das mal. Also es ist ja so gewesen, dass der Film ja von der Grundtendenz, und ich habe ihn mir jetzt letzte Woche dann doch sehr ausführlich anschauen können, an einem Stück, weil ich habe es ja schon gesagt, ich war mir gar nicht mehr bewusst, ob ich den komplett gesehen habe. Ich habe ja dankenswerterweise von euch diese Box vorab schon bekommen, habe dann mit Familie da gesessen, inklusive Sohnemann, der mittlerweile 18 ist, und auch sehr interessiert, die sich diesen Film angeschaut hat. Und ich muss sagen, A, funktioniert der heute noch. Aber es ist ein Film, wo teilweise schon ziemlich böse, wie ich finde, so die Grundstimmung ist und das Thema. Und das war wohl auch einer der Gründe, warum er dann tatsächlich in Amerika ein R-Rating bekommen hat. Du wirst das noch ein bisschen besser erläutern können. Aber das heißt ja eigentlich, das ist ja ein Erwachsenenfilm. Dafür war der wiederum nicht so richtig erwachsen. Und das war irgendwie noch nicht so richtig Hype und nichts Ganzes irgendwo. Man wusste nicht so richtig. Komödie, Nicht-Komödie, Böse. Ja, der Film sitzt so zwischen allen Stühlen, die man ihm nur anbieten kann. Er passt in keine Schublade. Er ist halt weder die wahren Gorehounds, die gerne einen Horrorfilm gucken, wo ordentlich was passiert, denen ist zu wenig drin. Die Eltern, die mit ihren Kindern in einen lustigen Film à la Das Geisterschloss mit Eddie Murphy gehen wollen, denen ist der zu hart. Einfach schon wegen der ganzen Thematik. Die werden ja nach fünf Minuten schon rausgerannt. Und insofern passte der natürlich kein klassisches Schema. Und das ist natürlich, wenn du Filme vermarktest, immer blöd, wenn man erklären muss, was ist das für ein Film und worum geht's. Weil die Zeit hast du ja nicht. Ich meine, klassisch gesehen, früher, es gab kein Social Media. Das muss alles über Trailer funktionieren. Und dann musst du den Leuten halt relativ kurz und knapp erklären, warum das ein toller Film ist. Und diesen Genre-Mix damit reinzupacken, das ist natürlich schwierig einfach. Und ja, er hat ein R-Rating bekommen. In Deutschland war der Film ja auch, muss man sagen, mir immer sehr unverständlich, ist er mit einer 18 eingestartet. Der ist ja erst später für eine 16 neu geprüft worden. Aber eigentlich wäre da vorne ein rotes Siegel drauf. Und da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was die Kollegen bei der FSK da in den 90ern gemacht oder veranstaltet haben. Denn selbst die Directors-Cut-Fassung, wo, sage ich mal, ja, es gibt an einer Stelle ein Hakenkreuz zu sehen, aber das ist ja nur eigentlich kein Grund für eine 18. Also der Film, ich finde heute auch die 16, da könnte man drüber diskutieren, kommt man aber, glaube ich, ganz gut mit klar, weil es keine Vertriebsbeschränkungen gibt. Ich würde optimalerweise zwischen 12 und 16 einsortieren. Ich würde sagen, 14 passt auch ganz gut. Aber das haben wir bis heute noch nicht in Deutschland. Wobei Peter Jackson sich dann wohl so geärgert hat, dass er eigentlich gedacht hat, hätten die mir von vornherein gesagt, ich mache einen 16er hier, einen 18er hier, dann hätte ich deutlich mehr blutige Effekte reingepackt. Das war so in der Art wie in den Filmen vorher, über die wir hier nicht reden dürfen. So, und somit war dann... Es gibt ja am Ende einen Headshot, der dann erst eingebaut wurde, nachdem, oder erweitert wurde, nachdem klar war, dass der Film A-Rating hat. Ja, genau. Also, wir halten nochmal fest, Peter-Jackson-Film war es. Deshalb habt ihr euch da sehr daran interessiert. Man muss jetzt nochmal ein bisschen was zum Thema Rechte wissen. Erklär doch mal ein bisschen so die Hintergründe, was damit so auf sich hat. Es gibt also, der Film ist analog gedreht worden, in, was war das, 35 Millimeter, ist normalerweise das Kinoformat. Er ist Super 35 gedreht. Super 35. Kannst du kurz erklären... Super 35, das wird später noch mal richtig. Ja, erklär nochmal kurz den Unterschied zwischen Super und Normal 35. Super 35 ist einfach ein Aufnahmeformat, wo du von einem belichteten Negativ aufgrund definierter Standards verschiedene Bildformate ableiten kannst. Das heißt Ausschnitte dann? Dann wählst du den Ausschnitt dann? Genau. Du drehst letztlich auf, technisch gesehen, einem mehr oder weniger 4 zu 3 negativ. Und davon bestimmte Ausschnitte definiert, sind dann das, was man später zum Beispiel im Kino sieht, bei 1,66 zu 1, 1,78 zu 1, 1,85 zu 1, 2 zu 0 zu 1, 2,35 zu 1. Dafür gibt es dann entsprechende Viewports. Das heißt, du kannst aus ein und demselben belichteten Negativ zum Beispiel eine 4 zu 3 Fassung machen. Die ist dann, zeigt oben und unten zum Beispiel mehr. Du kannst daraus aber eine Scope-Fassung machen. Und da wird halt dann beim Dreh, muss man dann darauf achten, dass wenn man die Anforderungen hat, dass man später ein anderes Bildformat braucht, dass man dann natürlich diese Bildbereiche auch frei hält von Kamera, Equipment, Kabeln, Mikrofonen, alles, was da so im Weg sein kann. Naja, und im Extremfall ist da oben auch der Spezialeffekt zu Ende gewesen. Dann hast du plötzlich da oben wieder eine blaue Wand oder das Haus, was aus Pappe war, hat da oben kein Dach mehr. Hat man aber vorher nicht gesehen. Da muss man ja schon ein bisschen drauf achten, gell? Genau, da reden wir aber über Effektaufnahmen, die ja in der Regel so nicht im fertigen Film vorkommen, dann später, sondern auch entsprechend umkopiert und auskopiert werden. Das war natürlich bei diesem Film, muss man auch sagen, eine Herausforderung für die Kollegen, die die Neuabtastung für uns gemacht haben. Hier mit einem Gruß nach Uelzen an Jan und Ben von LSP, die dieses Brett wirklich gebohrt haben für uns. Denn der Film besteht ja aus, wie du gerade festgestellt hast, doch schon einigen Digitaleffekten. Und während man heute, also wenn man überhaupt analog drehen will, es gibt ja Regisseure, die das gerne machen. Christopher Nolan zum Beispiel, der mag noch analogen Filme. Trotzdem hast du am Ende in der Regel eine digitale Vorführkopie. Und dieser Film kam ja noch analog in die Kinos, also aus Kino-Rollen. Das heißt, der Film wurde aufgenommen, die Effektaufnahmen wurden aufgenommen, dann wurden sie in den Computer gescannt, dann wurden sie dort bearbeitet und letztlich wieder auf Film ausbelichtet. Das ist ein Prozess, der nennt sich Fatzen. Da wird mit einem Laser wieder Negativfilm belichtet, sodass quasi das Negativ, das wir hatten, aus zwei Elementen grundsätzlich bestand, nämlich originales Kameramaterial, das dann noch kein Framing hatte, das keine Farbkorrektur hatte, sondern das wirklich so roh aus der Kamera kommt, aber auch die volle Ladung, Auflösung und Körnigkeit mitbringt und Effektaufnahmen, die in den frühen 90ern digitalisiert und wieder digital ausbelichtet wurden. Und die mussten natürlich dann nahtlos zueinander passen. Sag mal, ich habe beim Zuge einer älteren Diskussion, da ging es auch um Turbineproduktion, Diskussionen gesehen, inwieweit ist ein analoges Bild mit einer heute nach digitalen Maßstäben 4K-Auflösung vergleichbar? Also ist das 35mm-Bild eigentlich echtes, nach heutigem Maßstäben 4K entsprechend und man müsste also jetzt eigentlich diese Maximalauflösung, die dieser Film hatte, nur mit einer neuen Kamera, nämlich in dem Fall einer 4K-Auflösenden Kamera, neu abnehmen und dann hätte man erstmalig die volle Auflösung des 35mm-Originalobjektivs oder ist das etwas anders? Da gab es eine ziemlich heiße Diskussion, die ist schon ein bisschen älter, die habe ich da mal gelesen und für mich war es eigentlich immer so, dass 35mm nach heutigem Maßstäben 4K entsprechend wäre. Kann man das so sagen, so pauschal oder sagt man da was anderes in der Fachszene? Schwierig. Okay. Ja, schwierig, deshalb, weil wir auch, oder anders, wenn wir von analogen Filmen sprechen, dann erinnerst du dich früher an, so Angaben auf dem Film, Dean Asa, 100er Film, 200er Film, 400er Film, 800er Film. Ein 800er Film ist halt zum Beispiel deutlich empfindlicher als ein 100er Film. Ein 800er Film ist also für Aufnahmen in, ich will nicht sagen, in Dunkelheit, aber vielleicht eher bei Dämmerlicht. Und es ist technisch so, dass ein Film, der empfindlicher ist, weniger Auflösung hat, weil er rein von, also von der Physik her gesehen, hast du weniger Körnung, also weniger Partikel auf der Oberfläche, die sind dann einfach größer und gröber, deswegen musst du weniger belichten und wenn du weniger belichten musst, funktioniert es halt mit weniger Licht. Das heißt, ein Film, der mehr empfindlich ist, ist weniger hoch aufgelöst. Und jetzt kommt als nächstes dazu, also der eigentliche Stock entscheidet schon darüber, welche tatsächliche Auflösung du am Ende wirklich da rausholen kannst. Und dann kommen noch Faktoren dazu, eben wie, welchen Teil des Negativs hast du eigentlich genommen. Also Super35 ist da auch nicht, technisch gesehen, die beste Wahl, weil du natürlich von diesem 4 zu 3 negativ, das komplett belichtet wurde, nur einen Teil später auf die Kinoleinwand bringst und diesen Teil aber wieder aufbläst. Das heißt, du ziehst das technisch gesehen auf. Und all diese Sachen führen eben dazu, dass du unterschiedliche Auflösungen hast, je nachdem, was du für ein Quellmaterial hast und wie du das später weiterverarbeitest. Auch Dinge wie technische Umkopierung, also das Kameranegativ ist eben das Negativ, aber das kannst du ja so nicht im Kino zeigen. Im Kino zeigst du eine Vorführkopie, einen sogenannten Print, der muss schon eine ganz andere Dichte haben, weil er mit sehr viel Licht von hinten auf die Leinwand projiziert wird, klassisch gesehen. Das heißt, der hat eine andere physische Zusammensetzung letztlich. Also der muss dicker sein, damit das Schwarz auf der Leinwand auch ein wirkliches Schwarz ist. Und all diese Sachen führen dazu, dass du durch die Umkopiervorgänge und durch die Farbkorrektur im analogen Bereich natürlich auch nochmal Auflösung verlierst. Und dann ist immer die Frage später, wovon tastest du ab? Wir sind hier auf die bestmöglichen Materialien zurückgegangen, also entweder auf das Original Kameranegativ, da wo kein Digitaleffekt war, oder auf die erste Generation, also auf das ausbelichtete Negativ der Digitaleffekte. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, einfach so vom Bauch raus, die haben garantiert in den 90ern, das war keine 4K-Auflösung, mit der das Film negativ gescannt wurde. Das heißt, wir haben ja immer eine Mischung aus verschiedenen Auflösungen. Ja, verstanden. Aber das heißt ja, wenn ich jetzt höre, du hast das Original Kameranegativ genommen, wenn kein digitaler Effekt drin war, weil den musstest du separat nehmen. Das heißt, ihr habt den Film nicht an der Rolle in einem durch abgetastet, sondern ihr habt es Stück sequenzweise. Wenn du also eine Szene hast, wo kein Digitaleffekt drin vorkommt, hast du das Original negativ genommen, hast du eine Szene, wo der Geist da rumfliegt, dann hast du die Szene wiederum von dem anderen Negativ nehmen müssen. So etwas kann man sich vorstellen. Also wirklich Stück für Stück einzelne Stücke konnte man da nehmen und nicht die Rolle an sich. Das Negativ ist schon fertig zusammengeschnitten. Es besteht halt aus Teilen des OCN, Original Kameranegativ, und aus eben gefatzten Negativteilen. Das heißt, du musst bei jeder Einstellung gucken, ist das jetzt gerade ein Duplikat, das ich habe? Also technisch gesehen ist eben, was gefatzt wurde, ein Duplikat, weil es ja einmal schon auf Film war, ein Negativ, dann in den Computer gescannt wurde, dort bearbeitet wurde und wieder ausbelichtet wurde. Das heißt, dieses Negativ ist von der eigentlichen Quelle eine Generation weit entfernt. Gut, verstanden. Ich kann nur eins sagen, so gut sei der noch nie aus. Also ich habe ihn ja gesehen und ich weiß ja, also nochmal, ich mache das ja nochmal jeden Tag hier und wenn ich sehe, was ich an alten Materialien in der Vergangenheit gesehen habe und was wir da so zu sehen bekommen haben, ich bin da wirklich beeindruckt gewesen, begeistert gewesen. Er hat einen schönen Look, schöne Farben und er sieht einfach wirklich cool aus. Ihr habt Bild für Bild, bei dieser Restaurierung, muss dann nachher nochmal nachbearbeitet werden, dass Kratzer und Partikel und was es da nicht alles so mit Negativ gibt, da entfernt wird. Das heißt, das wird alles entfernt. Wenn ich dann denke, früher die bei den Rollen wechseln, gab es da noch so kleine Zeichen, jetzt wird die Rolle gewechselt und das hat man auch im Frühjahr im Fernsehen noch gesehen in den 70ern, vielleicht sogar noch in den 80ern. Das ist alles weg, es sieht einfach wirklich cool aus. Zur Spur reden wir gleich nochmal. Also das heißt, ihr habt jetzt, lässt du was laufen? Na, guck mal, er wieder hier mit dieser mega Software. Ja, ich habe mir gerade gedacht, wo wir über Auflösung und sowas sprechen und vor allem auch über Bildformate. Ja. Ich habe mal einfach ein paar Bilder aus dem Film rausgezogen. Das sind immer die identischen Shots, jeweils in der Scope-Fassung und dann alternativ in der Open-Matte-Fassung. Und da kannst du jetzt eigentlich ganz schön sehen, wie sich das so zueinander verhält. Ich habe, muss sagen, leider nicht immer die exakt gleichen Frames getroffen. Manchmal springt es um einen Frame hin und her, aber man kann das schon gut erkennen. Und hier kannst du deutlich sehen, wie viel da quasi oben und unten bei dem Super 35 noch mit dran ist. Es ist übrigens auf der rechten Seite nur der Ordnerhalber ein bisschen abgeschnitten. Ja, und einer von den beiden Kerlen ist der Junior von Peter Jackson, habe ich dann gesehen. Der hat den direkt schon im Film eingesetzt. Ja. Er ist auch nicht ganz unbekannt, nicht wahr? Also wir laufen natürlich jetzt Gefahr, dass wir ein bisschen spoilern. Also wer den Film gar nicht sieht, sollte sich überlegen, noch weiter zu gucken. Ich will nicht ausschließen, dass wir hier die eine oder andere Information noch rausgeben, die dem einen oder anderen noch nicht bekannt war, weil er den Film eben noch nicht kennte, also im Detail jedenfalls. Aber das machte schon mal einen ziemlich guten Eindruck. Fakt ist... Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, hat noch nicht wirklich was verraten. Nee, das ging noch einigermaßen. Außer, dass wir nicht wussten, dass das der Kurze da von Peter Jackson war und seiner Frau. Die bis heute nicht verheiratet sind. Hat auch so, ne? Die sind schon seit über 40 Jahren zusammen, glaube ich, ne? Es ist, wie heißt sie? Fran Walsh, ne? Fran Walsh? Ich muss aber wirklich zugeben, ich kann denen nicht sagen, ob die verheiratet sind oder verheiratet sind. Haben die immer noch nicht. Aber zwei Kinder. Davon ist die Tochter. Die Tochter hat, wie heißt nochmal, der gute, rothaarige Gitarrensänger aus England, der, wie heißt der? Er heißt Ed Sheeran, oder? Ed Sheeran. Weißt du, dass Ed Sheeran so richtig bekannt geworden ist durch seine Tochter? Ich muss mich jetzt auch nicht, ich bin nicht wirklich Ed Sheeran-Fan. Ja, aber das habe ich erfahren, weil sie hat ihn wohl vorgeschlagen für das Abschlusslied von, war das Herr der Ring oder Hobbit? Oh Gott, jetzt wird's wild. Jetzt kommt wahrscheinlich da einer rein. Jedenfalls singt er ja eins der Abschlusslieder von einem der Teile. Und da hat die Tochter wohl drauf hingewiesen, nochmal, da gibt's einen tollen Sänger, lass den doch mal vorsingen. Und dann hat er das getan. Und dann ist er durch dieses Lied so bekannt geworden, und ja, dann, du weißt, der Rest ist Geschichte. Jetzt füllt der Stadion. Nein, da muss ich auch so passen. Also Ed Sheeran ist nicht meine Tasse Tee, aber es darf natürlich gerne jeder Ed Sheeran hören und ich kann einfach nur nichts Sinnvolles zu der Diskussion beitragen. Ach, das solltest du auch nicht. Das war einfach nur eine kleine Anekdote am Rande, die ich auch nochmal kurz loswerden wollte. Ein bisschen Filmhistorie. So, also heißt, wer hat denn jetzt diesen 4K-Scan gemacht und wie geht das dann? Das ist ja eine Produktion, die in den Händen von Universal liegt und mit denen arbeitet er ja schon sehr lange. kooperativ zusammen. Nicht wahr? Jetzt müssen wir auch da kurz gucken auf die Projektkonstellation. Du erinnerst dich noch an Blues Brothers. Yes. Ja, das war der Auftakt einer Kooperation zwischen Major und Indie. Nämlich Universal in Hamburg und Turbine in Münster. Und das war für alle ein großes Experiment. Denn man muss ja auch gucken, kann man als Major mit einem Indie und als Indie mit einem Major so zusammenarbeiten. Warum? Normalerweise, ich habe das am Anfang gesagt, ich bin ja bei uns für den Filmeinkauf technisch gesehen zuständig. Normalerweise bei vielen Sachen, die wir im Programm haben, handelt es sich um sogenannte Lizenzen. Das heißt, wir lizenzieren für einen Zeitraum X von einem Major-Studio einen Film, den das Studio selber nicht rausbringen möchte oder wo das Studio einfach sagt, das Angebot von Turbine ist so gut, da müssen wir uns gar keine Mühe mehr machen. Da kriegen wir das Geld quasi ohne Arbeiten direkt in die Kasse. Das ist eine Lizenzgeschichte. Das heißt, pro verkauften Stück geht dann eine Royalty, eine Lizenzabgabe an den Rechteinhaber. Und dann gibt es wiederum Titel, die Universal nicht lizenzieren möchte oder kann. Die gehören so in die Rubrik Kronjuwelen. Blues Brothers war damals ein Beispiel dafür, wo Universal gesagt hat, den wollen wir auf keinen Fall rausgeben. Und ein weiterer Titel aus diesem Paket, eben, die nicht rausgegeben werden, ist in Deutschland The Frighteners. Sodass es sich hier bei diesem Projekt, genau wie bei Blues Brothers, um ein Koop-Projekt handelt. Das heißt, technisch gesehen ist das Ganze, was wir uns gerade angucken, ein Universal-Produkt. Das kannst du auch hinten am Barcode erkennen. Wir haben normalerweise, unsere Barcodes fangen immer mit 429 an und alle Universal-Koop-Titel fangen mit 505 an, weil das der Barcode von Universal ist. Und das führt dann letztlich dazu, dass wir in dieser Zusammenarbeit eben an Titel rankommen oder mit Titeln arbeiten dürfen, die wir sonst nie kriegen würden. Universal eigentlich sagt, die geben wir nicht raus. Das heißt aber auch, dass zwei Firmen an der Herstellung beteiligt sind und was dann natürlich dazu führt, dass wir das absprachen. Du weißt, als Indie, ich habe gerade gesagt, wir sind fünf Leute. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dann treffen sich diese fünf Leute einfach in einem Großraumbüro oder schnell zur Pandemie über irgendeine Videokonferenz und dann dauert das in der Regel zehn Minuten, dann ist irgendwas besprochen oder geklärt. Wenn du aber bei einem Major bist, dann hast du auf der einen Seite die lokale Niederlassung, in diesem Fall in Hamburg und dann gibt es aber natürlich noch die Chefs oder die, wir sagen immer, weiter oben auf dem Matterfall, die dann in L.A. sitzen. Und wenn dann Rückfragen kommen, wenn was geklärt werden muss, dann muss das Ganze halt immer erst einmal nach L.A. und wieder retour. Und ja, Freitners ist so ein Kooptitel, was an dem jetzt besonders ist oder ein Test ist, dass wir gesagt haben, na, obwohl das ein Kooptitel ist und obwohl Universal bei diesen Titeln auch ihre total großartige Vertriebspower mit einbringt, haben wir gesagt, wir machen da mal einen Test, wir wagen das und bringen diesen Titel zunächst exklusiv über den Turbine-Shop raus. Das war bei den vorherigen Projekten noch anders und hier haben wir mal gesagt, wir machen das in Direktvertrieb, weil auch wir über die Pandemie ein bisschen was gelernt haben, zum Beispiel, dass wir so viel näher an den Leuten sind, die sich für unsere Filme interessieren und dass wir auch ganz andere Editionen machen können, denn das ist ja auch kein Geheimnis, der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, bei dem einen oder anderen Major werden die physischen VÖs langsam dünner. Also man muss das ja auch bezahlen können, was man da veranstaltet und da ist es so, dass wir da natürlich noch anders oder flexibler sind als ein großes Major-Studio. Okay, habe ich auch verstanden. Das heißt, es war klar, ihr macht das wieder in Kooperation, ähnlich wie das erfolgreich war mit Blues Brothers und das war ja nun wirklich ein Mega-Erfolg. Dann habt ihr das 4K-Master bekommen. Richtig? Das haben wir selber gemacht. Das habt ihr selber gemacht. Wobei man das auch, Entschuldigung, wenn ich, also der Ordnung halber, 50 Prozent dieser Geschichte oder die Hälfte der Arbeit hat in den Staaten stattgefunden, nämlich der eigentliche Roh-Scan. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Das ist technisch gesehen, so kann man sich das vorstellen, 4 zu 3 negativ und das wurde Full Aperture bei Studio Post von Universal gescannt. Also auf dem Gelände von Universal ist dieser Film in seinen Originalteilen durch den Scanner gelaufen. Die haben aber keine weitere Bearbeitung gemacht, sondern die haben nur das eigentliche Material, wenn man so will, in Einzelbildern auf Festplatten kopiert. Das heißt, irgendwann habt ihr eine fette Datei bekommen, das war eine sehr große beziehungsweise mehrere Festplatten und wir reden dann bei so einem Projekt von, ich weiß es nicht ganz genau aus dem Kopf, aber vermutlich so 12, 13, 14 Terabyte an Daten. Okay. Und dann habt ihr dann weitergearbeitet, indem ihr diese Dateien geöffnet habt und habt dann angefangen, das Bild technisch zu bearbeiten und zwar farbtechnisch, kontrasttechnisch und so weiter und Macken weggemacht und all das, weil ihr hattet ja nur den Roh-Scan, wie du gesagt hast. Genau. Das haben die Kollegen Jan und Ben von LSP in Uelzen gemacht. Die nehmen diese Einzelbilder, laden die in ihre, ich nenne das jetzt einfach mal ganz platt Farbkorrektur-Software, das ist natürlich vom Begriff nicht korrekt, aber kann man sich was drunter vorstellen. Ja. Das Ding nennt sich Da Vinci und dann wird aus diesen Einzelbildern wieder eine Filmsequenz. Das heißt, das System legt dir quasi kleine Proxys an, das sind dann Preview-Fassungen, weil wie du dir vorstellen kannst, eine Filmfassung, die technisch für anderthalb oder zwei Stunden ist dann am Ende völlig egal, wenn du da über 14 Terabyte redest und das auf die Sekunde runterbrichst, was du an Daten auf den Bildschirm schieben müsstest, das wäre sehr aufwendig, deswegen wird dann quasi mit kleinen Stellvertretern gearbeitet und daran wird die Farbkorrektur gemacht und dann am Ende muss natürlich alles nochmal wieder gerendert werden. Das heißt, diese Datenmenge, mit der du in das Projekt reingehst, die kommt am Ende auch wieder raus. Okay, das heißt also, da wird jedes Bild für Bild bearbeitet, geprüft etc. Ich habe es soweit verstanden. Jetzt sag mal kurz, weil das ja noch wichtig ist für das Thema Ton, wann ist denn Peter Jackson dann einbezogen worden, dass er da was von bekam? Weil ich erinnere mich noch sehr gut, dass ihr bei Blues Brothers John Landis dabei habtet, der das ganze Projekt, ich sage mal, flappt die wahrscheinlich sogar die Crazy Germans, was machen die da? Und der war ja total begeistert, hat ja sogar noch ein Vorwort damals gesprochen. Und wie ist das zu Peter Jackson gekommen? Wie hat er davon Wind bekommen? Musste er offiziell gefragt werden? Weißt du was davon, inwieweit man an den Filmen ran darf? Ich weiß nicht, was die da für Verträge hatten oder hat. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass je nachdem, wer da Chef war bei dem Film, es natürlich auch Vorgaben gibt, wer Freigaben machen muss. Und es war klar, dass bei Blues Brothers würde eben John Landis freigeben müssen. Da stand das Projekt sogar mal zwischendurch kurz auf der Kippe, weil bei einem Brand 2008, glaube ich, ich glaube, es war 2008, auf dem Studiegelände von Universal sind Materialien verbrannt, unter anderem auch Tonelemente. Das war bei Blues Brothers dann leider die M und E für die erweiterte Fassung, also Musik und Effekte. Das heißt, die waren alle weg und dann mussten wir teilweise Dinge neu kreieren oder aus dem Soundarchiv holen. Das war musikalisch bei dem Film kein Problem, weil die ganze Musik ja nicht für den Film komponiert wurde, sondern das sind ja auf gut Deutsch Schallplatten. Also das sind Lieder, die es schon gab, also Source-Musik, die man dann einfach neu sourcen konnte und sie entsprechend wieder einbauen konnte, die also vorher genauso von Platte oder Band in den Film eingebaut wurden, wie wir das dann gemacht haben. Trotzdem gab es dann Bedenken, dass gesagt wurde, naja, die M und E, wenn da Effekte neu gemacht werden müssen, da wissen wir nicht, ob John Lendes das gut findet und wir konnten das dann relativ kurzfristig entkräften, weil wir gesagt haben, ist kein Problem, wir haben John schon gefragt. Wir hatten nämlich einfach eine E-Mail geschickt. Das ist der Vorteil, wenn du ein Indie bist, dir reißt keiner den Kopf ab, wenn du eine Frage stellst oder das probierst. Bei großen Studios, bei Meters ist es so, da gibt es so eine Rangfolge, und natürlich darf nicht einfach ein Produktmanager bei John Lendes anrufen oder eine Mail schicken. Das muss halt durch verschiedene Abteilungen und die Rechtsabteilung muss das prüfen oder so, ob man diese Frage überhaupt stellen darf oder ob irgendein Agent gefragt werden muss und das haben wir alles nicht. Und genauso war das auch bei The Frighteners, dass wir, ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, dass die Produktionsfirma von Peter Jackson Wingnut heißt und es war die Ansage in den rechtlichen Vorgaben, dass eine neu herzustellende Bildfassung von Peter Jackson autorisiert werden muss. Und dann haben wir einfach an Wingnut eine Mail geschickt und gesagt, hier sind wir, wir machen gerade in Zusammenarbeit mit Universal die neue Fassung und würde Peter die Bitte abnehmen. Und das ist jetzt genauso banal, wie es auf der anderen Seite total aufregend ist. Du schickst dann eine Mail hin und kriegst dann die Info, ja, alles klar, Peter nimmt das Ding ab und dann musst du halt die technische Voraussetzung schaffen, dass du deine Freigabe oder Abnahmefassung halt regelmäßig oder immer wieder irgendwie nach Neuseeland bekommst. Denn Wingnut ist nun mal in Neuseeland und wir sitzen in Deutschland und das hat zur Folge, dass auch Telefonate oder so natürlich über Zeitzonen hinweg stattfinden, die total irre für den Kopf sind. Weil wenn bei uns 8 Uhr morgens ist, ist bei denen gerade 8 Uhr abends. Also das ist quasi einmal komplett 12 Stunden gedreht. Wenn du morgens aufgestanden bist, gehen die gerade ins Bett. Das heißt, einer muss quasi immer in der Nacht oder sehr früh am Morgen oder sehr spät am Abend zur Verfügung stehen. Okay, gab es denn darüber hinaus noch entsprechenden Einsatz, außer jetzt nochmal der Abnahme des Bildes und später sicherlich der ganzen Version? Gab es von ihm, welche Unterstützung hast du noch so bekommen von ihm oder seinem Team? Weil ihr habt ja ein gewaltiges Making-of produziert, was ja auch zum einen Mal als Film jetzt dort beiliegt, aber auch zum anderen Mal nochmal nachlesbar ist in einem der, also in diesem dicken Buch da von 170 Seiten, wenn ich mich recht erinnere, mit auch einer Menge Konzeptzeichnungen und so weiter. Wie war da noch noch die Unterstützung darüber hinaus? Hat er euch die Adressen gegeben derer, die ihr dann interviewen konntet, unter anderem? Nee, das haben wir schon selber gemacht, beziehungsweise das hat für uns Christian Gänzel gemacht, der die neue Doku zusammengestellt und auch die Interviews geführt hat. Ja. Nee, also es ist ja so, Peter ist natürlich ein Regisseur, der noch aktiv ist. Also wir haben ja manchmal den Fall, dass wir mit Regisseuren arbeiten, die, ich will jetzt nicht sagen, im Ruhestand sind, aber die vielleicht nicht mehr so aktiv sind. Gerade wenn du viel mit Klassikern arbeitest, also das beste Beispiel ist eben Blues Brothers, John Landis dreht einfach nicht mehr aktiv jeden Tag. Peter stattdessen ist noch jünger und ist einfach noch ganz anders unterwegs. Als quasi The Frightners entstanden ist, hat er die Beatles-Doku zusammengebaut, diesen Beatles-Film, der es auf, korrigier mich, Netflix gibt. Er hat an seinem, ich nenne den immer erster Weltkriegsfilm gearbeitet, also es waren einfach andere Projekte, die er gemacht hat, sodass er quasi immer in entsprechenden Pausen oder, keine Ahnung, an freien Tagen sich dann um Frightners gekümmert hat. Deswegen waren wir sehr froh, dass wir diese Abnahme bekommen haben, aber es ist ja auch, wie wir vorhin festgestellt haben, es hat vier Jahre gedauert. Und einer der Gründe war auch, dass Peter eben nicht ständig zur Verfügung stand und dann muss man das Projekt wieder für zwei, drei Monate einmotten, bis es eben wieder klappt, dass Peter was abnehmen kann. Wir hatten uns auch eine kleine Sache erhofft, die dann leider am Ende aus Zeitgründen auch nicht funktioniert hat, denn Peter hat ja auch ein Cameo im Film. Wir verraten jetzt mal nicht wo, aber Peter hat ein Cameo, der hat ja in jedem seiner Filme, also zumindest einen Directors Cut bei diesem Film, hat er ihn, in der Langfassung ist er komplett und da spricht er auch. Und wir hatten probiert, weil er eigentlich nur ein Wort sagt, das ist auch kein Gemüse, da sagt er nämlich Arschloch, ob wir ihn dazu bekommen, dass er das selber synchronisiert. Und dann sagten wir, alles klar, wir wollen das rausfinden, aber Peter weiß ja nicht, wie er Arschloch aussprechen muss, könnt ihr uns mal eine Referenz schicken? Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und ein paar Mal Arschloch aufgenommen und bin dann in das andere Büro rüber und habe dann gesagt, ich hätte Peter Jackson gerade ein paar Aufnahmen mit Arschloch drin geschickt, woraufhin alle natürlich erst mal guckten, so, was hat er jetzt wieder angestellt. Das hat aber aus Zeitgründen dann nicht geklappt. Da wiederum hat uns aber dann Gerd Naumann weitergeholfen, der hat nämlich an den Synchronaufnahmen gearbeitet, genau wie Martin Irnich und Martin Schuberneck von der Synchron-Kartei hat das Buch geschrieben. Also auch das an der Stelle, das sind so Leute, die siehst du nie, die hörst du nie, du merkst am fertigen Produkt nicht, dass sie da waren, aber ohne die hätte das eben auch nicht stattgeschmacht. Okay, dann lass uns mal zum Ton sprechen, über den Ton sprechen. Also, der Ton ist in Dolby Atmos in Deutsch und in Englisch. Und jetzt war ja noch die Besonderheit, dass ihr die Directors Cut-Version hattet, wo ja eben Teile, Fragmente sind und ich glaube, das sind so um die 13 Minuten, 14 Minuten ungefähr, was wirklich an zusätzlichem Material dann in dem Film verteilt auf verschiedene Szenen eingeschnitten worden ist. Teilweise sind es ja auch nur Sätze, also nicht eine komplette Szene, die da neu drin war, sondern einfach in einer Szene nochmal was zusätzlich drin war. Das ist ja dann wirklich im laufenden Gesprächsfluss und plötzlich musstet ihr 30 Jahre oder was haben wir, 26 Jahre später die Schauspieler neu synchronisieren. Das kennen wir ja in diversesten Beispielen, dann hört man plötzlich eine ganz andere Stimme und sagt, okay, dann ist, gut, nimmt man so, man ist dann froh, dass überhaupt dort jemand Deutsch spricht in den meisten Fällen, aber dann ist eben eine ganz andere Stimme, ist die Stimmfarbe anders, dann ist auch vielleicht der etwas knirschige Ton plötzlich so super klar, wenn die neue Szene drin ist. Also man mag es mir vielleicht glauben oder nicht, ja, aber es ist wirklich so, ich habe den Film an dem Abend echt geguckt, habe mich auch reingelassen in den Film, aber ich habe nicht einmal in einer Szene gemerkt, dass hier irgendwas in der Stimme neu wäre. Jetzt beim zweiten, dritten Mal, wo ich jetzt wirklich nichts anderes mache, als drauf achten, könnte es mir vielleicht auffallen, da habe ich schon mal geguckt, aber so beim normalen Gucken ist es mir echt nicht aufgefallen und das muss ich sagen, Hut ab, das fand ich schon ziemlich cool. Dann haben wir den Originalsprecher, weil Michael G. Fox hat nun mal wirklich eine sehr prägnante Stimme in der deutschen Synchron. Was man sagen muss, dadurch, dass der Film eben schon fürs Kino ursprünglich geplant war, dann aber gar nicht so groß ins Kino kam, hat er eine unglaubliche Synchronbesetzung. Also Sven Hasper ist natürlich die Standardstimme von Michael G. Fox, der ihn auch schon in Back to the Future und vielen anderen Filmen gesprochen hat. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo mal Frank Schaff oder so ihn gesprochen hat. Twini Alvarado oder Alvarado. Ulrike Stürzbecher kennt man auch. Klaus-Dieter Klepsch ist zum Beispiel Thanos oder so auch super bekannt. Thomas Petrou ist Biff Ten. Jaron Löwenberg kennt man, das muss ich mal gerade weiter runtergucken. Thilo Schmitz spricht sonst zum Beispiel Wing-Rames. Gerrit Schmidt-Voss ist die Standardstimme von Leonardo DiCaprio. Also es geht ja einfach nur so weiter. Und wenn du jetzt hier guckst, dann siehst du halt an ein paar Stellen, da steht dann bei 19 haben wir umbesetzt. Zum Beispiel Jaron Löwenberg, der ist erst in den 19 dabei. Warum? Weil Thomas Petrou aus der Original-Synchro leider in der Zwischenzeit verstorben ist. Also da haben wir super Glück gehabt, dass tatsächlich bis auf die Kollegen, die verstorben waren, haben wir alle nochmal bekommen. Ja, Wahnsinn. Und das ist dann natürlich einfach ganz großartig. Also wenn du plötzlich Takes bekommst, wo Sven Hasper oder Ulrike Stürzbecher einfach Aufnahmen von vor so vielen Jahren wirklich fortgesetzt haben und auch hier Ingo Albrecht. Sagt dir das was? Nope. Das ist ja mein Problem bei den Synchronstimmen. Ich habe ein gutes Gedächtnis, dass ich sage, die Stimme ist die, die erüblicherweise der Schauspieler in der Synchronfassung hat und ich werde immer nervös, wenn ich plötzlich eine ganz andere Stimme höre. Das kriege ich schon noch mit, aber ich weiß ja nie, wer dahinter sich eigentlich verbirgt oder dass der vielleicht bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sonst die ganze Zeit spielt. Das gibt es ja auch. Ja, Klaus-Dieter Klepsch zum Beispiel. Klaus-Dieter Klepsch hat Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gemacht und war der Pilot. Das war in den 90ern noch, aber Ingo Albrecht zum Beispiel ist heute die Stimme von Dwayne Johnson. Ach, guck an. Komm, ich will doch mal den zeigen, weil das fand ich... In den 90ern noch nicht so bekannt, aber heute ist das mal die Stimme von Dwayne The Rock Johnson und das führt dann dazu, wenn du so eine Synchro auffüllen willst und nur so ein paar Schnipsel hier und da brauchst, dann rufst du halt nicht mehr den Ingo Albrecht aus den 90ern an, der damals eben noch nicht die Stimme von Dwayne Johnson war, weil noch niemand Dwayne Johnson kannte, sondern du brauchst die Stimme von Dwayne Johnson und das Problem ist natürlich, je bekannter ein Synchronsprecher, weil er bekanntere Rollen hat, desto mehr ist er gebucht und desto teurer ist er natürlich auch und das macht natürlich bei einem solchen Projekt das Ganze dann am Ende, ich will nicht sagen, jetzt unfassbar problematisch, aber es kann schon einfach passieren, dass du teilweise Sprecher hast, die du nicht bezahlen kannst und da hat bei Frighteners, ich weiß nicht warum, haben wir einfach megamäßig Schwein gehabt, dass alle Lust, Spaß hatten, ihre Rollen nochmal aufzunehmen und teilweise auch für bereit waren, uns nicht komplett wie die Weihnachtsgans auszunehmen, einfach weil wir das, das hätte nicht funktioniert. Ja, ich zeige euch mal, ich zeige euch mal den Synchronsprecher von Michael G. Fox, warte mal, jetzt muss ich umgestalten, das ist er nicht, das ist der Christian, so, pass mal auf, da ist er, das ist der Synchronsprecher von Michael G. Fox und da drunter ist die Synchronsprecherin von der zweiten Hauptrolle dort, das ist schon immer interessant, manchmal haben die Synchronsprecher, wie ich finde, optisch schon einen gewissen Ähnlichkeit mit der Figur, die sie häufig sprechen, wobei er natürlich fies ist, wenn der Synchronsprecher da fünf verschiedene hat, die er sonst immer spricht, aber das fand ich ganz interessant, also das ist übrigens, jetzt kommen, gehen wir schon mal kurz eben hier rein, bevor wir weiter beim Ton machen, also das ist dieses mächtige, was da bei so schon Buch, wo wirklich die Geschichte wunderbar erläutert, erklärt ist, die Hintergründe und dann, wo nochmal die Interviews mit den entsprechenden Hauptdarstellern oder mit den Darstellern dort genau erläutert werden oder auch nochmal abgedruckt sind und ja, viele, viele, viele Hintergrundinformationen, wirklich ein cooler Job, du hast den Namen schon genannt, Christian, wie war es? Gänze unter anderem, war unter anderem daran beteiligt, Der Gänze, genau, ja. Genau, der hat da unter anderem, genau, wunderbar, also nochmal, jetzt zum Ton, also, was haben wir gehabt, ihr wolltet unbedingt Atmos machen, Deutsch, Englisch, wie geht das Ganze? Ihr habt geguckt, welche Tonspuren gibt es noch, was gab es denn noch? Gab es alles nochmal einzeln, gab es das als 5.1, als, du hast ja gesagt, er lief nur in Stereo, in Englisch, in Deutschland, war das richtig? 96? aber was ich gerade sagen wollte, ist, er wurde auf Deutsch in Dolby Stereo gemischt, in Dolby Stereo, Das ist immer so ein Stolperstein für Leute, die sich damit nicht auskennen, aber no offense an irgendwen, der es jetzt nicht kennt, sondern Dolby Stereo ist tatsächlich das, was wir im Heimkino als Dolby Surround kennen. Also Dolby Stereo kann eben vier Kanäle abbilden, einen linken, einen rechten, alles was in den beiden Mono ist, ist dann auf dem Center und gleichzeitig gibt es noch ein Signal, das nach hinten geschoben wird, aber auch nur in Mono. Ja. Und der Subwoofer wird einfach durch das Abtrennen, der, sag ich mal, unter 80 Hertz auf einen Subwoofer erzeugt. Und daraus hast du dann, also das ist das, was man früher auf der klassischen VHS-Kassette an Dolby Surround hatte. Und der Film lag bis jetzt auf DVD und auf Blu-Ray schon mit einer 5.1-Fassung vor. Das war aber eben nur ein Blow-Up, also eine aufgeblasene Zweikanal-Mischung, eben eine solche Dolby Stereo-Mischung. Die wurde dann dematriziert, wie wir das professionell nennen, dass man die Kanäle eben wieder so gut es geht extrahiert. Und dann gibt es so Surround-Prozessoren, wie du die auch im Receiver kennst, wo du dann so Kathedrale oder irgendwas drücken kannst und dann wird das breiter. Und da gibt es natürlich auch nochmal Klangverbesserer und Klangoptimierer. Und das ist das, was quasi die alte deutsche 5.1-Fassung ausmacht. Und dann haben wir aber den Jackpot gezogen, weil wir von Wingnut von Wingnut gab es noch das Pro Tools-Mischprojekt für den Directors Cut auf Englisch. Das waren zwar auch keine ganz, ganz, ganz komplett einzelnen Spuren mehr, aber eben schon eine noch weitaus deutlich mehr separierte quasi 5.1-Fassung, die wir als Einzelspuren in einem Pro Tools-Projekt haben. Pro Tools ist eine Software, ist das richtig, mit der im Studio gearbeitet wird, mit der man die ganze Anzahl von Spuren zusammenbringt. Und das heißt, also ihr habt wirklich mehr oder weniger, also du hast ja gesagt, fast komplett, die Spuren einzeln wieder gehabt. Das heißt, ihr konntet wirklich entscheiden, diese Spur mit dem Geräusch kommt nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten und was nicht alles. Genau. Das Problem ist nur, das war das englische Projekt. Ja gut, das ist natürlich jetzt schon eine rechte Herausforderung um die deutsche Sprache, weil das wird ja häufig auch immer gefragt, warum könnt ihr denn nicht einfach da im Center eine andere Sprache rein? Nee, dooferweise geht die Sprache auch schon mal rechts und links in die Lautsprecher rein oder nach hinten. Was machst du denn dann? Das ist ja nicht so einfach, einfach den Center-Kanal neu zu besetzen beziehungsweise neu zu vertonen. Genau. Das Problem war auch, dass wir keine saubere, also wirklich gute Quelle mehr der deutschen Fassung hatten. Also es gab eben diese 5.1 aufgeblasene Fassung und es gab irgendwo noch irgendwelche umkopierten Fassungen davon, die waren dann teilweise, waren das aber auch wieder zusammengefaltete 5.1er. Das wird heute auch gerne gemacht, dass Materialien auf 5.1 hochgemischt werden und wenn dann irgendjemand sagt, ja für das Fernsehen brauchen wir bitte Stereo, dann hast du plötzlich jemanden, der das Ganze wieder auf Stereo runtermischt. Also du kommst von Dolby Stereo, also Dolby Surround, machst daraus eine 5.1 Fassung und davon wird dann wieder eine 2.0 Stereo Fassung gemacht. Wir hatten das Glück, dass wir mit der Hilfe von Universal das Original Dolby quasi Printmaster, aber noch nicht kodiert in Großbritannien finden konnten und das war dann quasi unsere Referenz. Da konnten wir einen fast komplett sauberen Center-Kanal rausziehen, wo quasi alle deutschen Stimmen drin waren und das wurde dann neu verheiratet mit der englischen quasi 5.1 Basis für den Director's Cut und deswegen hat der Director's Cut diese, ich bin ehrlich, total geniale Atmos-Mischung, während halt die Kinofassung das nicht hat, weil wir für die Kinofassung nicht diese einzelnen Elemente alles hatten und dann haben wir am Ende auch gesagt, naja, der Director's Cut gilt im Allgemeinen als die komplettere Fassung, er geht jetzt nicht drei Stunden länger, es gibt manchmal so eine Director's Cut-Fassung, wo du sagst, okay, jetzt muss ich noch mal Pizza holen gehen oder so, damit ich den gucken kann, das war es auch nicht, sondern es gibt halt ein paar sinnvolle Ergänzungen und der Film ist unserer Meinung nach damit einfach runder und dann hat es nicht mehr ganz so wehgetan, dass wir eben dieses Atmos-Upgrade nicht auch für die Kinofassung machen konnten. Ich habe es verstanden, also du weißt ja, ich bin ja ein Riesen-Fan davon, dass mindestens aus 46 Lautsprechern ganz viel Ton rauskommt, nein, also im Ernst, Fakt ist, dass ich muss sagen, diese Mischung und das weiß ich bei euch, ist das eigentlich immer der Fall gewesen, da macht es einfach Sinn, dass in der jeweiligen Szenerie ein bestimmter Anteil von Geräuschelementen, von dem, was man dort passieren oder hören würde, im oberen Bereich angesiedelt ist und zwar auch nicht so mickrig leise, dass man es gar nicht wahrnimmt, sondern wirklich mit der genau richtigen Lautstärke. Alleine der Anfang ist ein Hammer. Ich weiß, Timo Wolters hat das Ding ja auch schon gesehen und hat ja auch eine wunderbare, sagen wir mal, Kritik dazu geschrieben oder ja doch, ist ja eine Seite, die Filme rezessiert oder wie heißt das da oder vorstellt und rezensiert. Genau, da haben wir es doch, das ist schon spät und ich habe hier auch nur einen Almdudler ohne Zucker, das geht gar nicht. Das hat ganz wichtig, das taucht in diversen Portalen, speziell bei dem Online-Laden mit dem großen Eimer auf, dass Leute schreiben, das wäre eine Rezession, das wollen wir nicht, wir wollen keine Rezession. Rezessionen sind nicht gut. Rezensionen sind gut, aber keine Rezession. Gut, also auf jeden Fall hat er den Film vorgestellt, um es mal so zu sagen und er hat das sehr schön gemacht, wie er es immer macht. Die Seite sollten wir auch noch mal kurz erläutern oder nennen, wie sie heißt, weißt du es gerade spontan, ich muss ja mal gucken, aber ich habe ihn eigentlich abgespeichert. Auf jeden Fall hat er es gut gemacht. So und alleine die ersten fünf Minuten sitzt du nur im Sessel und denkst, was geht denn hier ab? Also es macht einfach, es macht einfach eine Riesenlaune, das Ding zu gucken, es macht einen Riesenspaß und das bei einem Film, der dieses Alter hat, kann man nur sagen, danke, dass man so eine Perle sehen kann und wie gesagt, mein Sohn ist 18, der war auch sehr dankbar, dass er das Ding in der vernünftigen Qualität, wie man es heute so eigentlich gewöhnt ist, da sehen konnte auf der großen Leinwand bei uns zu Hause. Das heißt also, wir halten fest, der Film an sich gemacht, deutsch-englisch, das heißt, die Amerikaner, die können das Ding ja da offiziell gar nicht drüben in ihren Labels wie immer bekommen, sondern da gibt es schon die ersten und ihr habt, glaube ich, heute einen Link bekommen. In Amerika gibt es ja auch nicht gerade eine kleine Seite, die also Filme vorstellt, die waren schwer begeistert. Genau, du meinst HiDefDigest.com, die haben tatsächlich heute auch eine Rezi rausgetan von dem Titel. Ja, es ist bei dem Titel so, ich habe ja vorhin gesagt, es ist ein Koop-Titel, also ein Titel, den wir zusammen mit Universal in Hamburg gemacht haben und anders als bei normalen Lizenztiteln, also wenn wir einen Titel für Deutschland lizenzieren, dann kann auch ein anderer Lizenzpartner den für Spanien, Italien, Großbritannien, Griechenland, was auch immer lizenzieren und wenn wir zum Beispiel neues Material herstellen, dann würde man sogenannten Holdback vereinbaren, wo man sagt, naja, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr gehört das Projekt Turbine und dann können eben alle anderen Territories auch daran. Und das ist bei dieser Koop-Geschichte ein bisschen anders. Titel, die da drin sind, sind normalerweise erstmal für vier Jahre gesperrt. Also alles, was da drin passiert, ist erstmal nur für die jeweilige Universal-Niederlassung abrufbar. Und das bedeutet, diese neue 4K-Fassung und die Atmos-Mixe sind quasi momentan nur für Universal Hamburg, eben für dieses Produkt, für dieses Projekt und eine weitere Auswertung oder Weitergabe ist aktuell nicht geplant. Okay, auch das soweit verstanden. So, das Ganze habt ihr in einer limitierten Fassung? Also deswegen haben die Amerikaner momentan noch keine Fassung davon und es ist momentan noch nicht geplant, seitens International, dass da eben eine rauskommen soll, weil das Projekt gerade noch bei Hamburg liegt. Da sind die Amis ja mal richtig fassungslos. Ho, ho, ho. Der war gut, ne? Das fand ich auch sehr geil. Da stand ja im Vorspann Rick Baker. Nicht wahr? Also Rick Baker dürfte dem einen oder anderen Filmfilm bekannt sein, dass er dieses unsagbar geile Szenerie oder die unsagbar geile Szenerie aus American Werewolf gemacht hat. Übrigens auch ein Film, den es bei euch gibt in der restaurierten Fassung, wenn ich mich recht erinnere. Und der hat also diesen Kollegen hier gemacht. Das ist also auch echt mächtig. Da wurde also auch wirklich gut noch gemischt. Ich sag mal, wie sag ich mal hier, die Spezialeffekte, die noch so richtig anfassbar waren, in Kombination dann mit erstmalig wirklich größerem Stil Computer generierten. Weil in dem Jahr kam doch noch der andere Film mit dem großen Drachen raus. Den habt ihr da auch noch gemacht. Und Twister, war das nicht auch noch in 96? Das war doch alles da. Dragonheart, ja. Dragonheart, ne? Der nun auch gefeiert worden ist für seine wahnsinnigen digitalen Effekte. So, was haben wir noch gehabt? Ja, und dann ist das hier, das fand ich auch sehr cool. Das ist ja wirklich ein Foto von den, einem Teil jedenfalls, den Teilnehmern der damaligen Produktion. Also es sind wirklich schöne Sachen bei. Das ist natürlich auch sehr cool. Wer kam eigentlich auf die Idee hier? Wart ihr das? Moment, ich muss jetzt gerade wieder die Fenster schaffeln. Ich bin ja kein hauptberuflicher YouTuber und habe das OBS-Studio hier nicht auf dem zweiten Monitor. So, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, was wolltest du gerade? Ja, das, ich weiß nicht, wer auf diese total kongeniale Idee gekommen ist, ob das unser Grafiker war oder Christine im Produktmanagement. Übrigens, schöne Grüße an Christine hier, die das Ding gemacht hat. Ich weiß es nicht. Das ist, diese Karte ist das Cover, das bei, ja, spoiler ich jetzt was? Nee, nicht, nicht weiter. Nee, also man sieht das als Cover im Film. So, Punkt. Und wo man das sieht, da muss man dann selber drauf kommen. Genau, das war das, dann sind noch zwei Filmpost dabei, dann die Scheiben und dann hier, hast du eigentlich da mal angerufen? Ist da noch jemand? Du meinst unter dieser Nummer? Ja, natürlich. Nee, das ist ja eine gesperrte, die 555 kannst du nicht anrufen, aber wenn da nicht 555 steht, dann funktionieren die. Also es gibt tatsächlich Filme, wo da keine 555 steht und wo tatsächlich dann jemand ist und manchmal ist das dann auch nochmal so ein Easter Egg, dass du irgendwo sowas findest und dann stellst du plötzlich fest, oha, da steht gar nicht 555, da ist dann tatsächlich jemand und dann kannst du dann anrufen und manchmal gibt es dann da Anrufbeantworter mit irgendwelchen coolen Sprüchen aus dem Film oder so, wo sie nochmal ein Zückerchen hinterlegt haben. Aber das ist einfach ein Gag, den wir uns gedacht haben, packen wir mit rein. Es gibt ja ein paar Leute, die das immer doof finden und sagen, ich will das alles nicht, gib mir nur den Film. So, ich hätte gern nur den Film und ja, würden wir den Film machen, müsste der bei dem ganzen Aufwand, weil wie gesagt, dieses Produkt ist ja nur für Deutschland entstanden. Also die ganze Abtastung in L.A., die ganze Farbkorrektur hier, Dolby-Mischung für Englisch und Deutsch und und und, das muss ja alles irgendwo von bezahlt werden. Deswegen hübschen wir das Produkt am Ende immer noch mit tollen Sachen auf, wie wir finden. Aber auch wenn wir die weglassen würden, würde es quasi das gleiche kosten müssen, weil ein Projekt in dieser Größenordnung ansonsten nicht finanzierbar ist. Guck mal, der gute Timo hat sich schon eingeschaltet, der hilft uns gerade hier auf die Sprünge. Timo Wolters, der hat gerade schon die ersten Antworten gegeben, weil es wurde unter anderem gefragt, die Open-Met-Version, also die, wo wir nun wirklich unseren Bildschirm komplett ausgefüllt mit Filminformationen haben, welche denn die Basisversion war. Und die Open-Met ist die Blu-Ray, richtig? Und es entspricht der Kinofassung, richtig? Nein. Die erweiterte Fassung. Ich habe es ja noch nicht geguckt. Ich muss noch ein bisschen nebenbei arbeiten hier. Es gibt den Director's Cut auf Blu-Ray und dann gibt es noch mal als Extra-Bonus eine Open-Matte-Fassung, wo wir erst noch überlegt haben, wir hatten ganz tolle Ideen, dass man das auf eine Diskette packen kann. Wir haben uns überlegt, wir machen einfach schwarze Untertitel oben und unten drüber. Das haben wir früher mal bei einer anderen Serie gemacht, Malcolm Mittendrin, die konnte man auf den DVDs in 16 zu 9 und in 4 zu 3 gucken, weil quasi das 16 zu 9 Bild wurde dann links und rechts durch schwarze Untertitel abgekascht. Und da haben wir uns aber nicht getraut, weil wir gedacht haben, wenn das auf irgendeinem Player dann doch nicht sauber funktioniert und das bei einem solch großen Projekt, Prestigeprojekt, da wollten wir es nicht machen. Deswegen ist es eine separate Disk geworden. Und die geöffnete Fassung gibt einem so ein bisschen den Eindruck, dass in der Produktion und nach meinen Informationen, die mir vorliegen, wurde auch die Premiere so bestritten, dass man durchaus mal über ein Bildformat von 1,66 zu 1 oder platt gesagt 16 zu 9 nachgedacht hatte. Es gibt dann aber einige Schüsse, die uns wieder vermuten lassen, naja, irgendwann haben sie sich dann für Scope entschieden. Was aber auch wieder komplett dagegen spricht, ist, dass alle Effektaufnahmen, die in dem Film sind, über das 16 zu 9 Bild quasi ausbelichtet sind. Und mit der Rechenleistung, die man einfach damals hatte, also wie gesagt, Projektstart 94, 95, 96 war er dann fertig. Die Rechenleistung hättest du dir ja gespart in den 90er Jahren, wenn du gekonnt hättest. Also du würdest ja nicht ein komplettes Bild berechnen, wenn du es gar nicht zeigst. Und das kann man halt schön auf der Open-Matte-Fassung sehen, dass da viele Bildbereiche sind, wo auch bei den Effektaufnahmen oben und unten, wo wir nicht sonderlich reinzoomen oder wegcroppen mussten, sondern wo einfach ein viel größeres Bild berechnet wurde. Und das deutet auch wieder darauf hin, dass man sich zumindest bis zum Ende diese Variante offen gehalten hat. Okay, habe ich das auch verstanden. Sagt mal, okay, warte mal, schau mal mich mal wieder da rein, ich bin ja noch da. Peter Jackson hat ja auch den Kommentar dazu gesprochen. Wann hat er das getan? War das vorher schon? Das kann ja nicht. Ja, das ist der bestehende Audiokommentar, ja. Ah, okay, dann habt ihr also so reingeschnitten in die, weil ich habe ja die Version geguckt, die verlängerte Fassung, den Directors Cut, das heißt, dann habt ihr das so aufgeteilt auf die, also das war das damals gemacht, weil das fand ich sehr interessant. Ich habe kurz mal reingeskippt, mir so einige Sachen angehört. Man muss ja wirklich manche Filme dreimal gucken, um das ganze Material, was dann so in Tonspuren versteckt ist, mal so zu erleben. Und das ist sicherlich sehr interessant. Was ich aber auch verstehen und total nachvollziehen kann, ist, dass du als Filmemacher, wenn du einmal für so ein Zwei-Stunden-Brett einen Audiokommentar gemacht hast, dass du dann nicht zehn Jahre oder 15 Jahre später sagst, komm, das mache ich jetzt nochmal, weil es so schön war. Sondern du hast ja, also vor allen Dingen, je näher du an dem Film dran bist, noch das Ding am besten vor Augen. Also vermutlich war die Erinnerung, als der Film in der ersten großen DVD-VÜ rauskam, das war ja 2004, dass die Special Edition mit dem Directors Cut und so weiter kam, dass Peter Jackson damals sich eigentlich auch noch gut erinnern konnte, was da gelaufen ist. Heute sind wir so weit weg davon, also wir reden ja über ein Zeitfenster von 25 Jahren, also ein Vierteljahrhundert, die einfach zwischen der 4K-Disc und der Erstellung des Films in den 90ern liegen. Naja, es gibt auch noch zwei sehr persönliche Schicksale, die während des Films gewesen sind. Einmal, Michael G. Fox hat während der Dreharbeiten erfahren, dass er eben da, jetzt gucke ich auf den Namen der Krankheit nicht, sag mal nochmal, Parkinson hat. Man hat ihn gerade diese Woche, habt ihr vielleicht gesehen, auf YouTube habe ich jetzt zwei Videos gesehen. Er hat einen, was ist das, ein Oscar gewesen, er hat einen Oscar bekommen für eine, und hat dann dort eine Rede gehalten, das war schon sehr ergreifend. Und er hat wirklich während der Dreharbeiten hat er dann also damals die, ja, also erfahren, dass er eben die Krankheit hat und hat das auch weitestgehend, man sieht es im Film natürlich noch nicht. Und das war auch eigentlich sein letzter großer Kinofilm. Danach ist eigentlich er nur noch teilweise aufgetreten in diversen Projekten, aber als Kinofilm, da ist er dann, ist er ausgestiegen, bei der Kinoproduktion. Und bei der anderen, bei der anderen Hauptdarstellerin ist tatsächlich der Mann gestorben, während der Dreharbeiten. Da ist sie währenddessen also zurückgeflogen und musste ihn beerdigen und kam dann wieder zurück. Also das sind auch so Sachen, die man so in dem Film, ja, das Making-of und Hintergrundmaterial noch erfahren kann. Ich wusste auch nicht, dass die Hauptdarstellerin da bei dem Film mit, lass mich überlegen, Poltergeist, da hatte sie mitgemacht. Und da kam dann das eine oder andere wieder zusammen. Robert Zemeckis, Spielberg, Peter Jackson und das sind ja wirklich irre Kombinationen. Und Veta war ja gerade damals am Anfang begriffen. Veta, die Effektschmiede, die ja jetzt vor, wann ist das her, ein oder zwei Jahren hat Peter Jackson die, damit war er auch noch nebenbei beschäftigt, für über eine Milliarde verkauft. War das nicht so? Das war ein ziemlich fetter Betrag, nicht wahr? Jupp. Jupp. Ja, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen weniger Zeit. Je nachdem, was man davor hat zu machen. Ja, mein Lieber, also die wichtigsten Sachen, denke ich mal, sind wir durchgegangen. Ihr schickt die ganzen Scheiben jetzt raus, richtig? Ja. Wollen wir mal eben reingucken? Ja, gerne, mach. Dann hast du was ganz Tolles vorbereitet. Das ist so Cover A. Das ist Cover B. Jetzt haben wir noch einmal alle Inhalte mit den Discs und du hast quasi außen eine sehr große Hartgartenbox, die du ja schon vorgestellt hattest, neulich. Und hier stecken dann, steckt quasi nochmal ein DigiPack drin. Und bei Cover A, was das klassische Original-Kino-Plakat-Motiv ist, ist dann quasi das neue Cover für das DigiPack innen drin. Und wer sich für die moderne Variante außenrum entscheidet, die im Übrigen auch so mit Silber, matter Silberfolie gedruckt ist, das sieht ganz edel aus, haben wir dann das klassische Cover genommen. Und da ist auf der Rückseite zum Beispiel nochmal hier die Gazette drauf. Das ist die Disk-Aufteilung, Disk-Labels, das Buch, das du gerade gezeigt hast. Hast du übrigens mal geguckt, wie viele Seiten dieses Buch hat? Das ist ja auch so, ne? Also 196 Seiten darf man vielleicht... Ich hatte was von 170 in Erinnerung, aber ich hatte es auf jeden Fall, es liegt schwer in der Hand. Ja, darf man vielleicht mir ein bisschen stolz sagen, weil ja oftmals gerade auch bei solchen Editionen nicht unbedingt jeder immer einen Autor dransetzt, der sinnvolle Dinge schreibt. Ich habe auch schon Mediabooks gesehen, wo in der Mitte gab es dann vier Seiten mit Fotos. Und zwar immer die gleichen, quasi bei verschiedenen Varianten. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also allein das Buch bietet einen deutlichen Mehrwert zur Produktion, zu den Hintergründen und so weiter. Und dann haben wir natürlich hier noch diese Aushangkarten. Du bist ja vorhin durchgegangen. Also das ist quasi das, was in der Box drin ist. Und die... Ja, allein die Disk-Anzahl, sechs Scheiben, davon eine UHD 100. Also wir haben den Film auf eine UHD 100 gepackt. Das macht schon gut was her. Und ein so ein Ding wiegt tatsächlich ein Kilo. Oh ja, die Versandkosten. Aber das am Rande. Mein Lieber. Also, sehr, sehr, sehr informativ. Ich bin gespannt, wer die alle am Wochenende bekommt. Ich drücke euch die Daumen, dass eure Versanddienstleister durchhalten und euch die begeben. Unsere Scheibe hat ja nun auch leider Gottes etwas Verzögerung. Unsere Sonic League Silent Work, das wird Anfang nächster Woche werden. Ich habe schon gesagt, ich fahre persönlich zur Druckerei und hole sie ab. Aber das macht keinen Sinn. Wir kriegen sie auf jeden Fall Anfang nächster Woche. Wie war das? Ihr habt schon manchmal, weil Pappe knapp ist oder Papier knapp ist, habt ihr manche Cover schon im Vorfeld gedruckt und das Projekt ist erst eine und anderthalb Jahre später fertig geworden. Weil so ist es im Moment. Es ist sehr schwierig, nicht wahr? Durch die Pandemie, also die Chip-Krise ist ja das, was jeder so kennt und was so ganz offensichtlich auch in den Medien transportiert wird. Bei uns ist aber so, es kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen hast du die Tatsache, dass viele MADOS-Studios gar nicht mehr so viele physische VÖs machen. Das führt dazu, dass es immer weniger Presswerke gibt und die Presswerke, die noch pressen, sind dann halt gut ausgelastet. Also man stellt sich ja nicht irgendwo einen Liner hin, mit dem man UHDs, UHD 100 herstellen kann und presst dann nur eine Disc im Monat, sondern die sind unter Vollauslastung. Also das dauert, wenn du sowas herstellen willst. Und ja, auch Pappe, die müssen teilweise bei Projekten Monate vorbestellen, damit sie dann, wenn es soweit ist, tatsächlich vorhanden ist. Wir haben auch schon einige Verpackungen quasi auf Halde produziert, um einfach zu wissen, die sind schon da und wir brauchen sie nur noch abrufen. Ist dann natürlich blöd, wenn sich tatsächlich beim Projekt was verschiebt und du plötzlich ins nächste Jahr rutschst und hast irgendwo schon ein Copyright drauf, dann ja, ist dann blöd, aber kommt man natürlich mit klar. Aber trotzdem kann man da so ein bisschen dran erkennen, wir haben bei einigen Projekten inzwischen eben Vorläufe von zwei Jahren, was nicht zuletzt daran liegt, dass einige andere Abläufe wiederum, auch technische Abläufe, deutlich länger gedauert haben. Sag mal, die Frage muss ich natürlich stellen, wobei es ist mir schon vorgegriffen worden und ich habe ja auch in der Danksagung gesehen, dass da Ivan de Kuyper erwähnt worden ist, dürfte dem einen oder anderen Insider was sagen. Hier wurde gefragt, warum ist keine Euro-Fassung mit drauf? Gab es einen Grund und warum ist Ivan de Kuyper drauf mit der Danksagung? Oh, das ist jetzt fies. Naja, also wir hätten, wir hätten gerne Auro gemacht, aber das wären dann noch mehr Discs geworden, weil wir haben immer das Problem, die Datenrate ist das große Ding. Also wir müssen ja sonst Platz schaffen, um die Datenrate fahren zu können und jetzt müsste ich technisch sehr weit ausholen, vielleicht kriege ich das kurz und knapp hin. Auro ist, was die Datenrate angeht, ein sehr undankbares Format, weil du nur mit DTS-HD, Master Audio Lossless arbeiten kannst. Ja, finde ich, das ist jetzt nicht so schlecht. Nee, wenn das die einzelne Spur ist, das haben wir bei manchen Projekten, machen wir das ja, dann hast du eine Atmos-Scheibe und eine Auro-Scheibe. Yes, sir. Aber wir haben hier schon sechs Scheiben drin, also das war einfach... Können wir eine eigene Version mit dir machen? Eine Grubi Auro 3D deutsche Version? Müssen wir jetzt nicht entscheiden, aber wir können ja mal drüber nachdenken, wenn wir eine machen können. Was ist denn die Danksagung? Was war denn die Danksagung bei Ivan? War der mit dran beteiligt in irgendeiner Weise oder weil er einfach ein netter Kerl ist? Weil Ivan ein netter Kerl ist. Ah ja, komm. Ich glaube, da gibt es schon eine Fassung. Ich würde mich jetzt nicht wundern. Ich glaube, ich rufe gleich mal Wilfried an. Dann lass uns mal was machen. Dann gucken wir mal. Vielleicht ergibt sich hier noch was. Schöne Sache. Nein, aber es hört sich wirklich gut an in Atmos und es ist wirklich cool. Ich habe es gehört. Sag mal, weißt du noch, was habt ihr für ein Layout da drin? Ich habe es jetzt gehört mit sieben. Was habe ich denn gehört? Ich habe es über eine Trinoff gehört. Die kann ja sowieso alles hochrechnen auf alle meine Lautsprecher. Aber sieben, vier war bei mir und ich glaube, neun, sechs lief auch bei mir alles soweit. Aber es lief alles über die Trinoff. Weißt du, was die da für eine Basis genommen haben? Nein, du erwischst mich gerade in Bezug auf diese Frage total bescheiden vorbereitet. Okay, dann probieren wir es zu Hause aus. Wir werden es merken. Es fliegt auf jeden Fall einiges um einen herum und es passt immer. Es passt. Es geht doch nur darum, dass es passt, nicht dass da und was da oben rauskommt. Es muss einfach nur zur jeweiligen Szene passen. Und das habt ihr Bild für Bild hinbekommen. So schön ist das. Mein Lieber, ich sage erst mal vielen Dank. Das sollte es soweit gewesen sein. Du wolltest nur eine halbe Stunde. Jetzt sind wir schon wieder eine Stunde durch. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Fragen? Haben wir noch irgendwas? Ja, weiß ich nicht. Da sind noch welche Fragen dabei. Im Großen und Ganzen sind wir die meisten Sachen durchgegangen. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, erwähnen, was auch immer? Nö, von mir aus gerade nicht. Aber ich kann jetzt auch leider nicht sehen, was noch an Fragen reingekommen. Geh doch einfach mal auf dein Handy, da laufen die Dinger. Aber da war jetzt nichts mehr. Jetzt muss mir die ganze Welt dabei zugucken, wie ich aufs Handy gucke und rausfinde, wo der eigene Stream läuft. Das kriege ich wieder nicht hin. Ach ja, es werden noch einige Filme natürlich gefragt. Da sind natürlich die Wünsche groß. Ich hätte ja gerne Abyss, aber das weiß ich nicht, ob das dieses Jahr noch was wird oder nächstes Jahr. Abyss, das ist ein, von wem ist denn der Titel? Ja, von James Cameron. Das dürfte inzwischen, das war ein Fox-Titel, Lightstorm Entertainment, der müsste bei Disney liegen und außerdem ist James Cameron dran und damit ist das Ding, glaube ich, kann man schon sagen, einfach vom Tisch. Genau. Okay, das heißt, dann ist es nichts. Dann hast du hier die Frage Night Rider. Willst du da was zu sagen? Nee, wir haben gesagt, wir wollen heute nur über Frighteners reden. Ja, was soll ich sagen? Es gibt bei Night Rider so einen geilen Satz, der besagt, er kommt. Okay, und du hast ein paar Fans sehe ich gerade hier, ne? Ich habe Fans? Mhm. Heißt? Da werden noch Fragen gestellt, Stichwort, fehlender Satz. Ah, das war klar, dass das kommt, ja. Wir haben tatsächlich bei Directors Cut ist eine Szene, die es vorher im Kinocut schon gab, neu gemischt worden. Da gab es vorher drei kleine Wörter von Michael J. Fox, die da drin waren. Das haben wir dazwischen mitbekommen. Wir kümmern uns da jetzt gerade drum. Das Problem ist, ich kann heute da noch nicht viel mehr zu sagen, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, ist das ein Projekt, das ist ein Koop-Titel und da sind so viele Leute mit im Boot, dass wir da bis heute keine Info bekommen haben. Also ich muss jetzt erstmal rausfinden oder wir müssen rausfinden, wie wir genau damit umgehen und dann melden wir uns einfach. Okay, klare Geschichte und ein Satz ist nicht, also mir ist gar nichts aufgefallen, da muss schon jemand sehr genau jeden Satz oder jeden Untertitel wie auch immer da verglichen haben anscheinend. Also wir haben nichts gesehen. Wir haben mit vier Leuten geguckt und da war nichts. Ja, das ist undankbar. Das ist eine Stelle, wo Michael J. Fox irgendwie zur Seite guckt und mit dem Kopf schüttelt und diese Antwort quasi im Deutschen zusammengefasst, nö, gibt er halt auch noch verbal, die ist aber in der Fassung nicht drin. Das heißt, der Sheriff spricht mit ihm, er guckt ihn an, er schüttelt den Kopf, redet weiter und das hat tatsächlich keiner gemerkt, aber ein findiger Zuschauer hat es wohl gemerkt beim Vergleichen der beiden Fassungen. So ist es, so ist es. Was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas, was du ankündigen möchtest, weil ihr seid ja natürlich parallel noch an vielen weiteren Projekten. Willst du uns ein Land, eine Richtung, eine Kultur oder Ähnliches nennen oder sagst, nee, komm, ich überrasche euch wieder, wenn unser Lager wieder mit dem nächsten Titel wirklich fertiggestellt ist, weil dafür ist einfach immer noch zu viel Risiko mit Verzögerung oder Ähnlichem. Also ich kann ja zumindest mal zwei Titel spoilern, die wir gerade in 4K fertiggestellt haben, wobei die Discs noch nicht fertig sind, aber die dürften, das war Holz, hoffentlich nicht so lange brauchen. Und zwar das eine ist The Last Emperor, der letzte Kaiser. Der hat, glaube ich, sechs Oscars bekommen und den haben wir tatsächlich in Zusammenarbeit mit Arrow, die kofinanziert haben, restauriert in 4K und das ist richtig toll geworden. Das Ding hatte jetzt auch wieder eine Premiere auf dem Festival in Frankreich und das schönste Kompliment, das wir hatten, ist, dass Jeremy Thomas die neue Fassung, Jeremy Thomas ist der Produzent, abnehmen musste und die Frage kam, das Rot bei der Kleidung, das hat Jeremy so nicht im Hinterkopf, ist das korrekt? Und das konnten wir dann belegen, ja, es ist korrekt, denn der Film wurde extra damals auf Technicolor kopiert, damit er diesen Look bekommt, also diese besonderen roten Farbtöne und er hat halt einfach seit den 80er Jahren entweder, also als er aus dem Kino raus war, VHS, Laserdisc und DVD gesehen und vielleicht sogar Blu-ray, aber die haben ja alle nur den Farbraum, also klassische Formate, entweder Rack 601 oder 709, also was du auf der Blu-ray hast und der erweiterte Farbraum, mit dem wir einfach dieses tolle Rot zeigen können, den gibt es erst jetzt mit HDR und deswegen hat es quasi von den 80ern bis heute gedauert, The Last Emperor endlich wieder so aussehen zu lassen, wie er im Kino aussah und der zweite Titel, den wir fertiggestellt haben, wo wir inzwischen auch das Approval sowohl von Peter Soschitzky, dem Kameramann, als auch von David Cronenberg selbst haben, ist Naked Lunch. Der kommt ebenfalls nächstes Jahr in 4K komplett vom Negativ neu abgetastet. Also das habe ich vielleicht noch verraten bei dem ersten Titel hier, The Last Emperor, Der Letzte Kaiser, ist richtig, so heißt der Tag. Hattest du mich anscheinend kurz danach, nachdem du wohl mal was gesehen hast, angerufen, du warst so außer dir, weil du gesagt hast, das hast du noch nicht gesehen, das ist unglaublich. Da muss ich sagen, das war ein sehr emotionales Telefonat. Das hat mich sehr gefreut für dich, dass ihr da so ein tolles Projekt habt. Ich bin sehr gespannt. Ist der auch 35 Millimeter oder ist der auch wieder so eine super oder 70 Millimeter Variante? Weil der war ja wirklich bombastisch von den Bildern her. Ja, also es gibt 70 Millimeter oder es gab 70 Millimeter Vorführprints davon, aber im Original ist er 35 Millimeter gedreht worden und diese, so ein Scan, also 4K-Roh-Scan aus Italien haben wir bekommen und die Kollegen bei LSP haben den Film dann wirklich Einstellung für Einstellung neu farbbestimmt. Und ja, ich bin ehrlich, es sieht einfach verdammt toll aus, aber der Film ist natürlich auch dafür gemacht. Der Film ist, allein das Setting, allein die Außenaufnahmen, die an Original-Schauplätzen gedreht wurden, der sieht einfach ganz, ganz, ganz toll aus und als krasses Gegenbeispiel dagegen fast eine reine Strich machen konnten, was sie wollen. Also das sieht schon toll aus. LSP Medien hast du gerade erwähnt, da wurde jetzt von einem Insider gefragt, so würde ich ihn mal bezeichnen wollen, inwieweit ihr weiter zusammenarbeitet werdet mit denen? Warum nicht? Nein, also keine Ahnung, überhaupt um die Frage kommen, aber es hört sich ja gerne an, dass man das sehr toll findet, wenn ihr mit denen weiter zusammenarbeiten würdet und du hast es ja gerade bestätigt, dass die Projekte auch wieder mit denen entstanden sind, oder das eine Ja, also wir arbeiten super gerne mit Jan und Ben, weil wir uns auch so ganz gut verstehen und das Kennenlernen war halt ganz schön direkt am Anfang, als wir eines der ersten Telefonate hatten, ich weiß nicht, ob es Jan oder Ben war, wo er dann sagte, auch endlich mal jemand, der auch die Technik ein bisschen kennt, weil natürlich auf Labelseite nicht alle einen technischen Background haben und da ich aus dem Schnitt komme, und mich ja auch schon vorher sehr lange einfach mit dem Thema beschäftigt habe, war das einfach für mich ja einfach schön, klar, mit den Technikern direkt zu sprechen und zu sagen, was wollen wir, wo wollen wir farblich hin, dass wir zum Beispiel kein Dinoising machen wollen, irgendwie das Grain rausrechnen oder so, sondern dass wir... Also Glätten des Materials, digitales Glätten und das Rauschen, was als Filmkorn häufig ja beschrieben wird oder was einen bestimmten Look hat, wurde ja früher teilweise weggefiltert, dann sah das alles so wachsartig aus und so, sondern ihr versucht schon das Original so nah wie möglich ranzukommen und da gehört auch ein paar Filmkorn und Rauschen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das ist die Leinwand des Künstlers und es würde ja keiner beim klassischen Gemälde auf die Idee kommen, wenn er ein Foto davon macht, hinterher am Computer in Photoshop die Leinenstruktur der Leinwand da rauszunehmen oder so und deswegen, wenn wir das können, also wenn wir einfach komplett ans Original dürfen und neu abtasten können, dann ist das, was wir in erster Linie machen, ist für uns quasi immer der heilige Gral, da wird nichts weggenommen, das sieht farblich so aus wie das Original und dann, wenn der Lizenzgeber sagt, wir brauchen noch eine Fassung für den Stream oder fürs Fernsehen und die darf dann nicht rauschen, weil es da Vorgaben gibt oder weil bei Netflix oder Amazon aufgrund des Rauschens das Bild dann verpixeln würde, dann wird dafür eine zweite, die neueste Fassung gemacht. Aber für unsere physischen Veröls gehen wir immer so nah wie möglich an die uns zur Verfügung stehenden Originalmaterialien rein. Sehr schön zu hören. So, dann nochmal eine Frage hier. Ihr habt mal so einen Titel gehabt, der heißt Last House on the Left, das letzte Haus da hinten links. Ja, jetzt stopp, ich muss dich abwürgen, weil das Original haben wir von der Liste runtergeholt, also der Bundesprüfstellenliste. Das Remake ist aber noch drauf. Wenn sich jetzt die Frage auf das Remake beziehen würde, dann würdest du, weil du technisch gesehen eine Dauerwerbesendung machst, Werbung für einen indizierten Titel machen. Nein, nein, ich rede natürlich von der anderen Version, die da irgendwie piep, piep, piep in sowas rauskommen soll. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann gehen wir mal weiter. Ihr habt so einen Podcast-Massaker, das darf ich aber sagen. Ein Podcast-Massaker habt ihr wohl mal gemacht. Das heißt, ihr habt euch da mit dem Chefe und mit wem noch alles, also ihr fünf habt euch da auf einen Couch gesetzt und habt einfach mal über Filme gesprochen oder was war das genau? Also in der Regel waren das, ich mach grad mir das nicht wieder an, also in der Regel waren das Wolf, Phil und ich zu dritt und ja, haben wir ein paar Mal gemacht und dann kam plötzlich irgendwann, also davon mal abgesehen, dass wir natürlich ständig konstant viel zu tun haben und ein solches Zusammenfinden dann immer gleich zwei Stunden Zeit weggefressen hat. Dann kam halt irgendwann die Pandemie und darüber, wir haben dann überlegt, machen wir das quasi per Videokonferenz, fanden das aber irgendwie ein bisschen schräg und das ist irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Es war immer sehr lustig, aber es hat auch immer sehr viel Zeit gekostet und ja, wenn wir das mal wieder machen sollen, dann muss ich vor allen Dingen den Chef davon überzeugen, dass er sagt, jo, das finde ich gut, das wollen wir durchziehen. Deswegen würde ich sagen, es gibt ja hier die Möglichkeit, unter dem Video zu kommentieren und auch wenn das nicht mein Kanal ist, darf ich ja die Leute dann vielleicht auffordern, dass sie unter dem Video hier auf deinem Kanal entsprechende Kommentare da lassen und dann gucken wir da mal rein und wenn da genügend sind, vielleicht bekomme ich ja oder vielleicht haben wir dann wieder totalen Bock und müssen gleich nächste Woche einen Massaker aufnehmen. Also zwei Fans hast du schon, Nackenbeißer und Grandmaster A2000. Okay. Die sind schon mal dabei und ich wäre auch dabei. So, da sind wir schon mal drei. Sag mal, hier ist noch ein geiler Insider, wie ich finde. Das ist der Timo. Wusste ich gar nicht, dass der so ein riesen Herr der Ringe Fan war. Das hat er damals in seinem sehr schönen Bericht über die Neuauflage oder Neuveröffentlichung in 4K von Herr der Ringe geschrieben. Er war wohl schon zweimal in Neuseeland und ich glaube, der wäre auch beinahe mit bei den Orks und als Statist mitgelaufen, wenn es gegangen wäre, weil er da wirklich verdammt viel konnte. Aber er war schwer enttäuscht, ich persönlich auch, von Herr der Ringe, der Fassung, die man als 4K-Neufassung dann präsentierte. Da fragt er nämlich mal so eben, du hast ja die Telefonnummer von Peter vielleicht oder die E-Mail-Adresse. Wie kommt es, dass Peter Jackson, das Bild von euch, also von dem jetzigen, so abgenauert, weil er doch eigentlich anscheinend so auf so Wachsmassaker besteht? Okay, ja, das ist jetzt natürlich undankbar Peter gegenüber und ich will ihm da natürlich Nein, also nur so weit du kannst. Also euer Ding ist schon echt gut, ist nicht ansatzweise mit dem vergleichbar, was da alles gemacht wurde, überhaupt nicht. Also das Ding sieht echt pur aus. Also wir haben einen kleinen Schreck bekommen, weil wir freuen uns natürlich immer, wenn wir eine Fassung machen und der Regisseur gibt die frei und in manchen Fällen bekommen wir auch die Freigabe, dass wir das schreiben dürfen. Also nicht nur, dass wir die Freigabe haben, sondern auch, dass der Regisseur sagt, ja, er dürfte draufschreiben, freigegeben von. Und diese Info kam auch von Peter Jackson aus Neuseeland. Also wir dürfen sagen, freigegeben von Peter Jackson. Dann haben wir uns wie Bolle gefreut und gesagt, ja, Peter findet unsere Fassung toll, lasst uns diese Neuigkeit doch bitte auch mit der Welt teilen. Dann haben wir es draufgeschrieben und haben uns dann am nächsten Tag gedacht, okay, wir hätten uns auch gleich in den Fuß schießen können. Weil natürlich alle dachten, wenn Peter sagt, Daumen nach oben ist schon geil, dann sieht das aus wie Herr der Ringe und ist komplett totgefiltert. Wobei ich sagen muss, ich kenne natürlich die Hintergründe von Herr der Ringe nicht. Also ich weiß einfach nicht, ob das seine eigene Firma war. Also ob es Park Road Post oder Witter Workshop oder Wingnut, keine Ahnung, wer da für die Restauration am Ende letztlich zuständig war. oder ob die da DNA drauf gebacken haben oder ob das Warner gemacht hat oder ob Warner gesagt hat, nee, auf keinen Fall dürft ihr das Material neu scannen. Ihr müsst bestehende Scans nehmen, die dann vielleicht nicht ganz 4K waren. Und ich kann das alles nicht beurteilen. Auf jeden Fall hatte man bei uns dann Sorge, dass wir auch quasi das Bild gefiltert hätten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also es kam von Peter zu keinem Zeitpunkt die Aufforderung, könnt ihr bitte eine Rauschfilterung oder sowas machen. Das Einzige, was tatsächlich kam, war konkretes Feedback zu einzelnen Szenen, was Farben oder Helligkeiten oder Schattendurchzeichnungen oder sowas angeht, die wir dann entsprechend bearbeitet haben. Aber was das komplette Finishing anging, ob wir jetzt ein DNR machen oder wie das am Ende aussehen wird, da hat Peter uns keine Vorgabe gemacht. Sehr schön. Ja, nochmal, ich habe es auch gesehen und Timo war ja auch begeistert und Herr der Ringe war wirklich nicht dolle. Dafür war Hobbit umso besser. Muss ich sagen, Hobbit hat mir sehr gut gefallen. Okay, war auch eine andere Technik, mit der aufgenommen worden ist und was nicht alles, aber es war echt geil. Wobei Herr der Ringe hätten sie auch. Mal gucken, wer weiß, welche Version es irgendwann geben wird. Ne, Timo Wolters Version vielleicht. Wer weiß. Ja, und das Einzige, was ich jetzt sagen muss, da ich ja mitbekommen habe, dass Timo da ist, der auch eine tolle Rezension geschrieben hat. Jetzt habe ich gerade High-Dev Digest gezeigt, weil es neu war, habe aber Timo hier nicht in den... Ich habe ihn aber schon drin, ich habe schon verlinkt. Er ist schon verlinkt worden. Er ist verlinkt, okay. Und ich packe es auch noch in den Text rein von der Beschreibung, dass man dort seine Rezessionsseite unbedingt abonnieren sollte, weil er macht das echt gut und jetzt ist auch genug Honig ums Maul geschmiert, aber er macht es wirklich gut. Also da hat jemand Ahnung und er macht das echt toll. Und er hat immer tolle Hintergrundgeschichten noch zum eigentlichen Film. Das finde ich auch nochmal sehr schön von der Mischung her. Liest man sehr. Es ist sehr angenehm zu lesen. So, jetzt gucke ich hier noch einmal rein. Es gibt eine Menge Wunschfilme. Das ist natürlich, da können wir jetzt noch stundenlang sagen, welcher Film wie auch immer. Also mir würde es ja reichen, wenn Abels käme. Da wäre ich ja schon happy. Aber gucken wir mal, ob wir das neu erleben. Weißt du, welchen Film ich habe am Samstag, nee, wo war ich drin? Sonntag. Habe ich das gesagt? Ich glaube, ich habe es sogar erwähnt. Aber wer noch nicht drin war, sollte hingehen. Ich habe mir wirklich den zweiten Teil von Black Panther, Wakanda Forever, angeschaut. Und ich muss sagen, Himmel nochmal, ey. Das war echt ein Megafilm. Hat mir wirklich gut gefallen. Tolle Story. Irre Bilder. Die Bilder waren einfach toll, was man so einem Film manchmal gar nicht so zutraut, dass die auch wirklich tolle Bilder machen können. Die Settings waren geil. Diese ganzen Spezialeffekte, die waren so natürlich da irgendwie drin. Also hat mir wirklich gut gefallen. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, ich habe ihn allerdings, muss ich fairerweise sagen, im IMAX gesehen, in 3D. Also voll Ladewald-Fehl. Und habe mir dann auch schon die Karten geholt für Avatar. Und danach muss ich jetzt erstmal mit meiner Bank reden. Ey, die haben ja mittlerweile Ticketpreise. Da fällt es ja wirklich tot um. Ich habe da 25 Euro für das Ticket gezahlt. Das war mit zwei Leuten 90 Euro für Popcorn, Ticket und Parken. Obwohl es nur Fiat 500 war. Aber egal. Es war ein teurer Parkplatz. Das ist schon, liebe Kino-Gemeinde, das ist schon echt Kohle, die man für so einen Abend da ausgeben kann. Aber es hat sich gelohnt. Es war ein geiler Film. Und Avatar sehen wir uns in kürze wieder. So. Eine Frage würde ich gerne noch beantworten, die ich hier gerade sehe. Und zwar kommt Fear & Loathing in Las Vegas noch. Ja, wir haben ihn ja sogar komplett synchronisiert. Auch mit David Nathan, auch Johnny Depp. Das Ding ist in der Pipeline. Ich hoffe, relativ früh in 23 klappt das. True Romans. Gehört der auch zu Universal? Nee, das ist lizenztechnisch schwierig. Ich meine, da hängt Warner noch irgendwie mit drin. Kann ich gerade... Ein Megafilm. Nix zu sagen. Aber was ich noch sehe... Wo ist er denn? Jetzt bin ich gerade wieder drüber gerutscht. Ah ja, Zukunft beim Bild. 8K. Ich denke, 8K, Patrick. Nee, oder? Nee, brauche ich mir noch im Kopf. 8K? Nee, brauche ich nicht. Nee. Nö. Also ich glaube, dafür haben wir einfach keine Leinwände, die groß genug sind, oder? Ach. Nein, Blödsinn. Brauche ich nicht. Und ich glaube auch, das bleiben wir bei. Vielleicht brauchen wir 8K, wenn es dann tatsächlich irgendwie 3D-Scan irgendwie Dingsbums gibt, ja, in die Luft geprojiziert. Dann mag es vielleicht sein. Aber 8K, nein, definitiv nicht. Kommt nicht. Jetzt kommt erst mal Laser TV. Jetzt kommt Laser TV. Also Projektoren, die aus 10, 20 Zentimeter Entfernung an die Wand ein Bild von 2 Meter bis 2,60 Meter projizieren und für alle Leute geeignet ist, die sagen, wie mal gab es nicht, gibt es nicht an der Decke und der Fernseher ist zu klein. Ich hätte gerne ein Gerät, was ich tagtäglich einsetzen kann für morgens, mittags, abends und auch einen schönen Filmgenuss mit haben kann. Das ist Laser TV und das ist schon ziemlich cool. Immer nur in Kombination mit so einer speziellen Leinwand, muss man fairerweise sagen, weil erst dann ist Tageslichttauglichkeit gegeben. Und nein, es entspricht nicht einem OLED, aber ich habe es schon mal geschrieben, ich sitze auch nicht im IMAX und sage, oh, im OLED zu Hause ist mir das schwarz, aber besser als hier auf der IMAX Leinwand. Also den Gedanken habe ich überhaupt nicht. Das eine ist das und das andere ist das. Und das kann man sich ganz auf jeden Fall anschauen. Laser TV ist wirklich cool und schon ab 2, 200.000 Euro bezahlbar. Cooles Ding. Ne, mein Lieber? Du musst mal vorbeikommen. Zeige ich dir mal. Oder für eure Besprechung kommen. Ja, dass ich immer gerne zu dir komme, aber wir hatten in den letzten zwei Jahren war ja immer irgendwas, dass man nicht kommen konnte, weil wieder irgendwie verboten war. Ja. Oh, ich habe ja mal einen neuen Freund hier. Nackenbeißer. Guck mal, ich schweife ab. Ja Gott, das gehört auch dazu. Es ist ja auch schon 10 vor 9. Dann sprechen wir auch schon mal über Themen, die nicht so ganz genau mit dem Thema zu tun haben. Aber wir sind ja eigentlich auch mit dem offiziellen Teil vorbei. Sag mal, was haben wir denn noch hier? Ich bin noch gespannt. Fear and Nothing. Noch was kommt. Ja, 1941. Wo bitte geht es nach Hollywood? Kennst du den Film? Ja, bestimmt, ne? Ja. Mega dick. War ein echter Flop für Spielberg. Ein echter Flop. Aber ich fand den Film super. Ja, kann ich gerade leider nichts sagen, weil ich weiß, dass mal drüber diskutiert wurde. Ich aber kenne das Ergebnis nicht mehr. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben natürlich in der Regel so viele Titel, über die wir sprechen. Und da gibt es natürlich Excel-Listen, wo so Details drin stehen. Ich weiß es gerade nicht. Sorry. Dann lassen wir, wir haben noch genügend Themen in den nächsten Monaten und Jahren. Da freut mich sehr drauf. Ich sage mal vielen, vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Gut 200 Leute, die live uns hier gefolgt sind. Das finde ich schon mal super. Werden wir jederzeit gerne wiederholen. Und dann wird es wieder so laufen, dass plötzlich ich morgens um halb acht, so war es nicht bei dir, halb acht, ich bin mal auch ein bisschen später aufgestanden, klingelte mein Telefon, kam eine Meldung rein. Brightness, Pressemitteilung. Ich denke, holle Waldfee. Und da waren wir um kurz nach acht, glaube ich, schon online mit der Meldung. Sogar noch vor eurer Seite. Yes, tschakka. Schöne Ding. War toll. Habt ihr mir eine Chance gegeben. Ihr wusstet das nicht. Das Problem ist, wenn wir einen neuen Titel ankündigen und der geht über unseren eigenen Shop raus. Das Ding ist geupgradet worden mit Loadbalancing und weiß nicht was. Trotzdem, jedes Mal, wenn so ein Produkt wie Frightners kommt und wir ballern aus allen Kanälen, um diese Info rauszugeben, kannst du davon ausgehen, dass eine halbe Stunde später der Server platt ist. Okay, verstanden. So viele Leute, das potenziert sich. Wir reden da, da kommen dann auf einmal 15.000 Leute oder so und klicken da drauf. Geil. Cool. Und dann bricht das Ding einfach zusammen. Und deswegen haben wir es diesmal versucht, so ein bisschen zu verteilen, wie normalerweise auch Software-Updates. So, wir pushen erstmal an die ersten 10% und dann die nächsten 10% und hoffen, dass es nicht alles komplett zerreißt. Wir sind auch immer dran und natürlich wollen wir auch nicht, dass irgendeiner Frust hat. Also ich weiß, das wurde schon mal von anderer Stelle an uns herangetragen, wie frustig das ist, wenn wir eine Limitierung auf Cover oder sowas haben und die gibt es vielleicht eine halbe Stunde im Shop und dann sind die schon ausverkauft. Wir verknappen die ja nicht künstlich, sondern wir denken uns vorher eine sinnvolle Auflage aus und plötzlich rennt das Ding dann und dann ist es natürlich für uns nachvollziehbar, dass jemand, der unbedingt Cover A haben wollte und dem der Browser quasi, wo die Session immer wieder abstürzt und der Shop macht nicht weiter. Wie gesagt, da haben wir schon ein Upgrade gemacht, ein Loadbalancing, jetzt verteilen wir das Ganze schon, aber es passiert halt trotzdem zwischendurch noch, dass dann zu viele Leute die gute Nachricht gleichzeitig erfahren und dann hängt es ein bisschen, aber wir arbeiten dran und ich bitte da sehr um Nachsicht, weil wenn wir es könnten, würden wir natürlich einfach bei dem großen Anbieter mit dem A irgendwelche Cloud-Services mal eben skalieren, aber das kann man eben machen, wenn man Elon Musk ist und sich für 44 Milliarden Twitter kauft und es kaputt macht, aber wir kriegen das noch nicht hin. Sag mal, The Game war hier noch eine der Fragen. Ich habe ja eine Fassung in Auro, ich weiß gar nicht, ob die auch in Atmos war, auf jeden Fall Auro war es, das ist eine frankkanzösische Fassung, wenn ich mich nicht täusche, war das auch eine der Titel, über die ihr mal gesprochen habt. Darfst du noch was zu sagen? Oder habe ich jetzt irgendwie... Ich überlege gerade mit Blick auf die Veröhliste, sehe da aber nichts. Insofern. Gut, okay, dann warten wir mal ab, was da noch kommt. Also, wir halten uns fest, ich wollte schon sagen, wir halten fest, du rufst mich an, wenn es wieder soweit ist und dann machen wir ganz schnell wieder einen Termin. Und wir sagen vielen, vielen Dank allen, die uns zugeschaut haben. Empfehlt uns weiter und bitte kauft weiter physische Medien, in dem Fall eine Blu-ray, eine UHD. Ja, eine DVD muss ja eigentlich nicht mehr sein, bei der Größe von Schirm, die ihr wahrscheinlich alle zu Hause habt. Also bitte mindestens die Blu-ray oder wenn es geht, die UHD. Und wir alle die, die jetzt neugierig geworden sind und nicht so richtig wissen, was sie sich darunter vorstellen können, an diesem Samstag zeige ich natürlich gerne ausschnittweise mal, was da so alles zu sehen ist bei uns im Grubi-Kino. Könnt ihr euch also gerne anschauen und dann lasse ich natürlich auch mal richtig unsere Lautsprecher-Layouts da laufen in Dolby Atmos, in allen Varianten, die es da so gibt. Kostet kein Geld, guckt mal rein, lohnt sich. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.